So, liebe Hörer und Hörerinnen von Inside Comedy, wir haben noch ein kleines Bonbon für euch und zwar haben wir vor nicht allzu langer Zeit eine Folge Inside Comedy live und in Farbe aufgenommen und zwar gleich mit zwei grandiosen Gästen, Nico Stank und David Kebikus. Es ging um Comedy auf der Bühne versus Comedy auf den Social Media Kanälen. Ich hoffe, dass ihr die Folge genauso genießt, wie ich sie genossen habe. Hört sie euch an, schaut sie euch an auf YouTube auf dem MySpaß Kanal. Ich wünsche euch mega viel Spaß und hoffentlich bis bald. Inside Comedy live mit Simon Steblein Und wir sind live hier. Schönen guten Abend, liebet Publikum, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen zu unserer Premieren-Ausgabe von Inside Comedy. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wir sind hier in Köln im alten Pfandhaus und weil wir dachten so, hey, einen Gast haben wir ja schon in unserer normalen Inside Comedy-Folge. Wie wäre es dann mit zwei? Und deswegen habe ich mir zwei großartige Künstler eingeladen, die relativ, ja, ziemlich unterschiedlich sind von der Art und auch in dem, was sie machen. Zum einen habe ich den David Kebekus bei mir. Ein langer Kollege und Freund von den Stand-Up-Bühnen. Ich bin sehr froh, dass er hier ist. Ich bin gespannt, was er so erzählt, was er so die letzten Monate erlebt hat. Und ich habe mir aus Berlin eine kleine Comedy-Influencer-Maus eingeladen, den großartigen Nico Stank. Und auch da bin ich sehr gespannt, was er so erzählt, was die letzten Monate bei ihm so abging, denn da ging einiges. So, ja, wir sind live. Wir sind bereit. Ihr auch. Hände aus der Hose. Und ich würde sagen, dass wir auch unter unserem Claim Bühne meets Social Media direkt die erste Frech-Tags-Maus auf die Bühne holen. Mein erster Gast. Und zwar, mein erster Gast, wir haben schon relativ viel zusammen gemacht und er ist aus der Branche eigentlich auch nicht mehr wegzudenken, weil er ist schon sehr, sehr lang aktiv. Er hat Regie studiert, er hat für alle großen Formate schon gearbeitet, er hat Matzen konzipiert, er hat die Jokes für andere Leute geschrieben, er war für die Heute-Show tätig, für Pussy-Terror-TV. Er ist einfach der Hammer. Wir haben uns schon oft die Bühne geteilt, wir haben die Hörsaal-Comedy zusammen gemacht und wir haben zusammen den größten Auftritt unseres Lebens absolviert und das verbindet schon so ein bisschen. Deswegen bin ich sehr froh, dass er mich heute hier in unserem ersten Livestream tatkräftig unterstützen wird. Hier ist für euch der phänomenale Jesus-Christ-Verschnitt. Er ist irgendwie scheiße, aber auch irgendwie ganz geil. Na, hier ist für euch David Kämekus. Juhu! David! Ja, wow! Das war die geilste Antwort, die ich jemals gekriegt habe. Ist so? Ja. Ist so? Ja, das bin Jesus, war neu. Aber der Look ist, also ich finde, du bist auch einer von denen, die sich, du siehst aus wie immer. Vielen Dank. Ist das ein Lob? Ich glaube, es ist in der Tat ein Lob, weil viele Leute, die man gerade so sieht, sehen entweder aus wie immer oder extrem fresh, so wie ich, weil man sich viel um sich selber kümmert oder halt so richtig abgefrühstückt. Das ist richtig. Du siehst auch hervorragend aus. Ja, ne? Findest du dich auch krass? Also für mich bist du gerade, als hätten wir uns nie nicht getroffen. Wir haben uns jetzt ewig nicht gesehen. Weißt du, was ich gemerkt habe? Ich habe ja auch keine Auftritte mehr und jetzt vor dem Auftritt gibt es, kennst du das, dass man dann immer auf Toilette muss? Ja. Und das hatte ich jetzt wieder, das ist so wie früher. Es kickt so ein bisschen, es kickt auf eine andere Art und Weise. Ja. Also es ist ein bisschen, ich finde es so eigenartig, weil du bist ja auch nicht so die Social Media Maus und schauen gerade Leute zu. Ich habe dich eingeladen, weil du, glaube ich, wirklich so, weil du einfach, weil du einfach, du bist einfach David Kebekus, mein Gott. Du bist ja quasi nicht direkt auf die Bühne gegangen, sondern du bist ja erstmal, du hast ja quasi so den richtigen Kunstweg, den richtigen Handwerksweg gemacht. Was macht man auf einer Regie-Schule? Wie lange geht das und was macht man da? Ja, eigentlich ist es eine Kunsthochschule und da kannst du halt Film studieren und dann hast du so ein paar Projekte, paar Kurse und du kannst eigentlich an der Schule kannst du, KHM Köln heißt das, Kunsthochschule für Medien, da kannst du eigentlich machen, was du willst, wenn du einen coolen Prof hast, kannst du theoretisch auch ein Comicbuch machen oder alles, was irgendwie mit Medien zu tun hat, kannst du ein Buch schreiben oder ein Drehbuch, wenn du Bock hast. Und ich habe so drei Filmchen gemacht. Filmchen? Filmchen hattest du immer direkt irgendwie nach, Filmchen ist Erotik. Ja, geht in die Richtung, weil ich habe auch selber mitgespielt in den ersten beiden Filmchen. Das erste Format war sogar ein Interviewformat, so ein bisschen wie hier, habe ich aber nie veröffentlicht. Das zweite war eine Sketchshow mit mir, habe ich auch nicht veröffentlicht. Und das dritte war ein Serienpilot mit Carolin. Und der wurde veröffentlicht. Den habe ich nicht veröffentlicht. Warum nicht? Weil da gab es irgendwelche Issues, dass Carolin so ein paar halbe Deals waren da schon irgendwie. Carolin ist deine Mom. Genau. Ist der Sohn von Carolin Käbekus, für alle, die es nicht wissen. Ja, da war schon irgendwelche Sitcoms in Planung und dann war das irgendwie blöd, das in dem Moment zu veröffentlichen. Deswegen war irgendwie klar, das machen wir als deinem Pilotprojekt. Aber es wurde traurigerweise nie veröffentlicht. Wie hat das mit angefangen? Ich meine, du bist Hause Käbekus. Deine Schwester ist irgendwie direkt... Die Eltern haben auch gesagt, was ist denn, Junge? Deine Schwester ist direkt irgendwie vor die Kameras oder auf die Bühnen geschlüpft. Und du hast dir gedacht, nee, ich mache den hintenrum Weg. Ich habe mir gedacht, also ich wollte schon länger auf die Bühne, aber ich habe irgendwie gedacht, ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Du kannst ja die Bühne gut finden, aber irgendwann musst du ja so ein sagen. Das ist Problem eins. Dann habe ich gedacht, ich muss erst herausfinden, wie man so einen Witz macht. Wie formuliert man das und was braucht man dafür? Und dann habe ich, wahrscheinlich ist das auch irgendwie ein bisschen zu sehr zerdacht, anstatt es einfach zu machen. Habe so gedacht, ja, ich muss herausfinden, wie macht man einen Witz? Was ist ein guter Witz und wie läuft das? Und habe dann quasi den Umweg genommen irgendwie über diese Autorenwelt. Und irgendwann habe ich gesagt, so jetzt habe ich genug Material, was ich mir irgendwie zusammenschreiben kann. Und dann mache ich das mal. Aber ist es, also ich kenne das, weil ich war ja auch, ich war erst beim Radio bei einer Produktionsfirma, dann noch ein halbes Jahr Schauspielschule. Ja? Ja. Das wusste ich gar nicht. Doch, weil ich hatte einfach nicht, ich hatte auch nicht, ich wusste, es wird am Ende Stand-Up. Ja, das wusste ich auch. Wusstest du das von ganz Anfang an? Aber ich brauche mal ein Studium. Ja, aber am Ende ist es Prokrastinieren, oder? Am Ende hat man noch nicht die Balls irgendwie und man ist so, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich weiß nicht, wie ich es machen soll, ich mache erst mal alles andere, weil man sich so ein bisschen davor drückt. Ja, ich habe sogar noch einen Umweg gemacht, ich habe ja davor noch Medienwirtschaft studiert, also BWL für Medien. Ja, BWL habe ich auch studiert. Wie dumm ist das, ne? Das braucht wirklich niemand. Und da weiß ich noch, da haben irgendwie, da waren die Themen schon so scheiße, habe ich gedacht, ja, ich will irgendwie in diesem Bereich, aber so auch nicht. Weißt du? Und dann, ja, es war schon ein paar Umwege, aber irgendwann dann gemacht. Aber du bist ja dann doch irgendwie an die großen Formate auch rangekommen, so, um da zu schreiben und so. War das auch befriedigend? Sodass man irgendwie, weil am Ende weiß man ja, man will eigentlich auch, aber, und dann macht man es für andere. Weißt du, also. Ja, weil das Problem ist auch, wenn du es noch nie gemacht hast auf der Bühne, dann stellst du es ja auch ein bisschen einfacher vor, als es ist. Ja, das stimmt. Und wenn du dann im Hintergrund arbeitest für irgendeine Show mit irgendwelchen Leuten und du von den Leuten denkst, jenge, stell mich da hin, das wird hundertmal besser, dann denkst du auch jede Woche, ey, wo bin ich hier? Weißt du? Also, ich war ein paar Mal festangestellt, auch mal bei deiner Agentur und mal für eine andere Firma und da habe ich fest quasi für eine Comedy-Show gearbeitet und da hätte ich, ich hätte mich am liebsten am Ende der Woche von der Welt verabschiedet. Das war einfach furchtbar. Echt? Ja. Weil du kennst doch die, es gibt doch viele, viele Fernsehformate, da denkst du, wo bin ich denn hier? Ja, aber auf der anderen Seite finde ich auch, dass man, also kriegt man nicht auch so ein bisschen mit, dass es, weil so, so ich zum Beispiel habe nicht hinter den Kulissen bei Comedy gearbeitet, sondern für mich war Comedy quasi, wenn du so ein Bühnenprogramm gesehen hast und dann war es einfach nur so, boah, geil, der geht auf die Bühne, der feiert das total und ich meine, du kriegst ja auch den Struggle und den Schiss hinter den Kulissen mit, den Leute haben, bevor sie auf eine Bühne gehen. Ja. Weil das vergisst man ja immer, dass das auch dazu gehört. Man sieht dann immer nur so, wenn man nur das konsumiert, sieht man die scheinigen Stars, die da raustreten und so ihr geiles Programm performen, aber man sieht nicht, wie die zusammengekauert hinten sich in die Hose machen und egal wie berühmt oder famous sie sind, sich immer fragen, oh Gott, klappt das heute oder klappt das nicht? Ja, zum Beispiel, weißt du, was mir damals aufgefallen ist? Allein deine Anmoderation für mich eben, da hat man schon gemerkt, du kennst mich wirklich und du magst mich anscheinend wirklich, ja. Und da war so viel Herz in diesen Worten und so viel Wärme, das macht schon so viel aus, ja. Und es gibt Formate, oder früher war es so, da kommen die Moderatoren einmal die Woche dahin, machen ihren Scheiß und verpissen sich, weißt du? Und da hast du damit schon gesagt, ey, warum moderiert der oder die das, die einfach sich überhaupt nicht committet. Und man merkt jetzt schon einfach, das ist einfach dein Format, weißt du? Und du füllst das irgendwie aus. Und du brauchst ja auch keinen Schreiber oder, ja, einen guten Regisseur brauchst du, ne? Aber da hab ich schon gemerkt, du musst halt dich irgendwie so mit ganzem Herzen da irgendwie committen für deine eigene Show. Nicht nur besetzt werden. Also nicht nur so, ey, hast du Zeit, äh, Daniel Hart, ja, mach, mach. Ja, genau, oder man besetzt ja auch so, ja, der hat da in dem Format, das so ähnlich ist, das schon mal gemacht, dann wird er das hier auch nicht verkacken, ne? Oder da benimmt er sich mal dagegen, wenn irgendwie nochmal Trash-Scheiß, und dann kann er hier auch nochmal vor der Kamera hinfallen. Und da wird man, finde ich so, wenn man anfängt so mit Comedy so ein bisschen entzaubert. Total, ja. Weil man sich so denkt so, oh, man ist so voll, man wird so aufgefangen so, und man ist so voll special und so. Und die Leute, so die Moderatoren, ich weiß nicht mal, Comedy Grand Prix, dann kannten die nicht mal deine Namen. Und haben alles irgendwie nur so, so wie, wer, hm? Und du so, du hast einfach gespürt, wie unwichtig du bist. So wie, wie sich niemand für dich wirklich interessiert. Wir haben doch mal zusammen einen Contest gemacht, da waren wir beide im Finale. Weißt du das noch? 2015. Im Sommer, also egal. Das Newcomer-Ding da, oder was? Ja, ja. Und da wurde man auch so ein bisschen abgefrühstückt. Ja, du bist halt, also man ist halt einfach so, es interessiert, aber das Gute und das Schlechte zugleich, ist, dass es erstmal niemanden interessiert, was du machst. Aber ich muss dazu sagen, da war es auch so, da war ich irgendwie dreimal da überhaupt auf der Bühne und kannte das alles nicht. Und mittlerweile habe ich auch schon hundertmal gespielt und dann lernst du auch die Leute kennen und dann fällt man sich ja wahrscheinlich auch anders. Also die Bühne ist super da, weißt du, die Show ist auch in Ordnung. Aber es gibt so Shows, da wird man irgendwie, wie du sagst, da bist du irgendwie so eine Nummer. Das sollte doch hier so ein Vielgut-Format sein. Das ist ein Vielgut-Format. Nein, David, aber ich meine zum Beispiel, du kanntest ja dann relativ schnell auch schon viele bekannte Leute, für die du gearbeitet hast hier, Klaas und auch durch Caro und alles. Ist das für dich eher dann so ein Hemmnis gewesen, selber auf die Bühne zu gehen, weil du dachtest so, scheiße, die großen Augen kennen mich schon und jetzt habe ich noch mehr Schiss zu verkacken? So habe ich das, glaube ich, noch nie gesehen. Oder wie ist es für dich, wenn jemand aus der Familie deine Schwester quasi den Weg komplett beschreitet, den du eigentlich auch beschreiten willst? Ja, ich kann dir positive und negative Seite sagen. Also positiv ist natürlich, dass ich bei jedem kleinen Scheiß, was die Branche betrifft, kann ich die Carolin anrufen und fragen, ja mal, wie soll ich das machen? Oder wer ist das? Oder hast du eine Idee? Oder was denkst du hier drüber? Und das ist ja eine saukrasse Verbindung, die super viel, die unbezahlbar ist eigentlich. Und ich kann einfach so per SMS hier, was soll ich das machen? Ja, nein. Und das ist natürlich super, das ist ein riesengroßer Vorteil. Aber alle Karriere-Schritte, die so kommen, überraschen gar nicht. Weil Carolin hat das schon gemacht und ich habe das irgendwie so mitgekriegt. Und dann weißt du dann, ja, hier kannst du beim Nur auftreten. Habe ich mir schon gedacht, dass das irgendwann passiert. Und dann ist so ein bisschen dieses, der Zauber ist so ein bisschen weg, aber nur in Sachen, wo man irgendwie dazukommt. Bei eigenen Sachen, die muss man sich ja sowieso komplett selber so bauen und den Weg gehst du ja komplett alleine als Künstler. Das ist wieder was anderes. Aber diese Sachen hat mir Carolin quasi schon genommen. Weil die war überall, auf jeder scheiß Bühne, in jeder Show, überall wo ich hinkomme, heißt ja, Carolin war auch schon hier. Ja, ja, ich weiß. Ja, aber am Anfang wolltest du ja eigentlich nicht mit ihr in Verbindung gebracht werden, oder? Du bist ja lange unter dem Namen David Kebe aufgetreten. Ja. War das, weil du nicht direkt diesen Kebekuss-Vorteil wolltest? Das hatte damit nichts zu tun. Oder den Nachteil? Also weil du dachtest, ich will nicht verglichen werden? Ja. Was war der Grund? Also vielleicht habe ich das auch zerdacht, aber ich bin mal mit Kebekuss aufgetreten am Anfang. Also beim ersten Auftritt auch. Und dann kam relativ schnell eine Anfrage für den Comedy Grand Prix. Da hatte ich vier Auftritte. Und dann habe ich gedacht, irgendwie, das kann nicht sein, dass sie mich gesehen haben in diesen Minishows, wo ich war. Dann habe ich gedacht, die laden mich nur ein wegen dem Kebekuss nahmen. Das fand ich so blöd einfach. Wobei das überhaupt nicht blöd ist, sondern es war auch irgendwie, es ist ja sogar nett, wenn du eingeladen wirst. Hier, wir würden dich gerne sehen, ist auch irgendwie eine Chance. Aber in dem Moment habe ich gesagt, ich traue dem Ganzen irgendwie nicht. Ich will nicht, dass das so läuft. Und ich will auch nicht irgendwie derjenige sein, der das deswegen irgendwie geschafft hat oder machen kann. Und dann habe ich mir irgendwie, es war einfach ein Bauchgefühl, dass ich sage, ich glaube, ich würde lieber einen anderen Namen erstmal nehmen. Einfach nur, damit ich in Ruhe gelassen werde. Weißt du, wenn du der einzige Tipp, den du einem Künstler geben kannst, der irgendwie fragt, wie werde ich ein Künstler? Mach deinen Scheiß, hör auf niemanden. Alle Leute sollen nicht in Ruhe lassen. Dann kriegst du irgendwie was Eigenes hin. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das so ein bisschen plane, dann kriege ich das hin. Oder dann habe ich zumindest das Umfeld, was ich möchte. Und dann hat mir noch ein Freund hier, der Budde vom Punch Club, hat mir damals noch gesagt, nimm irgendeinen Namen, womit du leicht zu Kebekus zurück kannst. Okay. Und der hat, nimm David Keb oder David Keh. An Show wie Stella Fontane. Das war so was total random. Ja, so dass sie, wenn die Kebe googeln, kommt trotzdem Kebekus, keine Ahnung, das war irgendwie so die Idee. Okay. Ja, also ich muss auch sagen, am Anfang, hast du das gewusst am Anfang? Ah, ne. Und ich meine, machen wir uns nichts vor, du wirst auch von Kollegen anders behandelt. Junge, das ist so eine Backstage-Fernseh-Medien-Sache, weißt du? Irgendwie, als kleiner, junger Autor läufst du da irgendwie rum und findest es irgendwie cool, wenn du einen Chefautor kennenlernst oder irgendeinen Darsteller oder so und den du irgendwie lustig findest. Oder wenn du heißt, hier, das ist der Producer. Früher habe ich gesagt, Producer, wow. Jetzt weißt du, pfff. Und dann ist er irgendwie so, da wo ich gearbeitet habe, war immer noch so Drink danach, irgendwie Bier, Bier trinken danach und bin da so rumgegangen und manchmal haben mich so andere Autoren an die Hand genommen und haben mich so vorgestellt, bei den Producern oder Prozern hier, das ist der David, der schreibt auch Witze für uns und immer so, ja, ja, ja und null interessiert. Dann gleicher Abend, gleicher Typ und Caroline so, das ist übrigens mein Bruder. Ach, toll! Ja, aber so läuft's doch. Sorry. Aber wetten auch, wenn so Kollegen, auch so in der Newcomer, so weißt du, am Anfang, wenn das einer nicht weiß, ist eher so, so. Ja, ich habe hinterher immer so ein paar Sachen gehört, da hieß es irgendwie, einer hat mal gesagt, ach, hat die Caroline gesagt, du sollst Käbekus nicht nehmen und deswegen hast du geändert. Nee, aber ich glaube eher so dieses, dass man dann in deiner, sobald man das wusste mit Caroline, wollte man in deiner Gunst steigen. Ach so. Weil du halt, weil du den Draht zu Caroline hast und wenn du der Caroline sagst, oh, guck mal, der Stäblein, der alte Homo-Fürst, den hasse ich, so, dann kriegst du nix. Kann sein. Also, es ist schon, also, ich meine, ihr redet ja bestimmt auch über, über dann die Branche und über Künstler, die ihr mögt und die ihr nicht mögt, oder? Ja, also. Hauptsächlich die über, die ihr nicht mögt. Oder hat, ich glaube schon, dass viele dann auch so ein bisschen, so diese Angst hatten, so auf der, auf der schwarzen Käbekus-Liste zu landen, wenn sie die jetzt irgendwie, ja. So läuft die Branche. Ja, ne? Egal, auch, ich hab's ja selber gemerkt, als ich dann zum Beispiel auch bei, als ich dann Nightwash übernommen hab und so, oder dann bei Brainpool war, hast du schon gemerkt, dass dann da ein bisschen, so die Leute eher dann auch angeschissen kommen, die dich vorher irgendwie noch so, ja. Ellbogen mäßig, äh, aus dem Weg gerammt haben und dann auf einmal so, ey, du machst doch jetzt Nightwash, kann, ach so, von wegen darf ich mal. so das im Motto, ey, voll cool, ich fand dich schon immer super. immer gut, ja, wirklich so, also, keine Ahnung, das ist glaube ich schon was anderes. Kann sein, aber ich bin ja jetzt irgendwie, dann auch der Falsche, der irgendwie, obwohl doch, ich wurde doch ein paar Mal gefragt, ob ich irgendwie, so, hier kann ich mal in einem Sketch mitspielen, ne? Was für ein Sketch? Keine Ahnung. Weil ich irgendwie mal was gedreht hab oder so, aber. Arbeitest du jetzt noch viel mit ihr zusammen? Äh, morgen wird nächstes Mal und prinzipiell, äh, immer mal wieder. Aber, also man, man kann, kann ja schon sagen, dass du so, wirklich, eher so die Live-Sau bist und dein eigenes Bühnenprogramm dann wirklich auch dir über die kleinen Bühnen erspielt hast. Wir haben, ich meine, wir haben echt schon alles zusammen gemacht, oder? Ja. Also wir haben irgendwie im, im Soling Punch Club, im Hitzefrei, Düren, Kunst gegen Bares, Düren, Kunst gegen Bares. Die beschissenste Show der Welt. Ich wollte eigentlich keine Werbung machen dafür. die ich gewonnen hab. Stimmt. Ja, du bist halt einer gewesen, der in so kleinen Scheißshows hast du immer dein bestes Material gespielt. Weißt du, dann so, oh, gewonnen. Und ich hier immer die, äh, die neuen Sachen. Das stimmt überhaupt nicht. Nee, das stimmt nicht. Ich, ich, ich weiß es gar nicht. Also ich hab immer, ich hab, natürlich ist man mal, ähm, mit, mit was Gutem reingegangen am Anfang so, den, und dann mit was Gutem raus und so. Ja, ich wollte es nur eher gern. Und am Anfang, am Anfang musst du dich ja auch erstmal, du musst dich ja erstmal selbstbewusst spielen. So die ersten Jahre. 400 Auftritte, ja. Du warst so, du musst dich doch erstmal irgendwie, und natürlich nimmst du dann dein Zeug. Hast du, äh, hast du eine Nummer, wo du sagst, das war das erste, das war ein Thema, da bin ich so ein bisschen drüber gestirpert und dann hast du das erste Mal das Gefühl, so, das ist eine Nummer? Ähm. Weil am Anfang ist das so gefühlt relativ viel gebastelt, ausprobiert. Boah, meine ersten Auftritte, Horror. Ich, also das war nur, ich hab, ich hab eine Nummer über Ikea geschrieben und dabei das Publikum gesiezt. Also, Publikum siezen ist so, ich denk mir, wenn, wenn, wenn mich jemand siezt in einer Comedy Show, dann denk ich mir, willst du, willst du mir einen Joke erzählen oder willst du mich anzeigen? Ja. So, und ich hab so, ich hab so, wer von Ihnen war schon mal bei Ikea, wenn ich das jetzt sehe, ne? Was ist das für ein Satz? Übelst, wer von Ihnen war schon mal bei Ikea? Kennen Sie Ikea? Bisschen, was das ist? Naja, und jedenfalls dann halt so richtig, so richtig was, was, was ist lustig irgendwie und ich war so, es war okay, aber es war schlimm. Ja, man denkt so, das müsste eigentlich lust, das müssten die eigentlich lustig finden. Nicht, das finde ich lustig, sondern das sollte eigentlich für die lustig sein. Und ich fand's aber richtig schlimm und furchtbar und dann hab ich, irgendwann hab ich alles weggeschmissen und hab was ganz Neues gemacht, so eine Geschichte, einfach mal so Storytelling, ohne so mit meiner Schwester im Kino und hab irgendwie über Herr der Ringe geredet oder so. Und das war bei der, bei der Kunst gegen Baris und ich hab mir gesagt, wenn das heute nicht klappt, hör ich auf. Ja? So was hatte ich zum Beispiel noch nie. Ich hab gesagt, es war am, das müsste am 16.01.2013 gewesen sein. 16.01.2014. Da hab ich alles, was ich bisher gemacht hab, weggeschmissen und hab gesagt, heute mach ich die Nummer, wo ich mit der Christina im Kino bin und über Herr der Ringe rät und wie albern ich manchmal Herr der Ringe und Star Wars find und weil ich's einfach lustig find und nicht, weil ich denk, oh, das kennt doch jeder und das ist doch mega gut, sondern weil ich's mega witzig find. Ich hatte die Hosen voll, wirklich. Ich hab richtig geschwitzt, weil ich hab's noch nie irgendwo geprobt und so. Das war alles komplett neu und dann hab ich die Kunst gegen Baris gemacht und ich hab den Laden, wie Costa Meroenakis sagen würde, gegen den Strich rasiert. Ich hab erster Platz gemacht, ich war so euphorisch nach diesem Auftritt, ich dachte so, jetzt kann mich niemand mehr stoppen. Weißt du, was mich gestoppt hat? Der nächste Auftritt. Ja, ich kenn das. Mein zweiter, erster Auftritt war auch furchtbar und der zweite war echt wie, als hättest du irgendwie irgendeine Droge genommen. Dann denkst du, Junge, was war das? Was war ja jeder? Ja, ist krass, ne? Und dann ist halt irgendwie so, ich hab irgendwann mal so, natürlich liest man ja vorher so über die anderen, so Maxi und so, waren damals so für mich so Leute, oh, der ist jetzt schon voll weit, der war schon bei Nightwash, oh, der war schon da und da. Und dann hab ich mal ein Interview von ihm gelesen und dann hat er irgendwie so gesagt, wenn du denkst, du kannst Comedy, dann kommt Comedy und tritt dir in deine Eier. So, und diesen Satz werde ich nie vergessen. Ich weiß nicht, ob er von ihm ist, aber ich hab ihn von ihm da gelesen in diesem Interview. Und das werde ich halt nie mehr vergessen, weil, wenn du dann mal so ein Aufschluss hattest, wo du dachtest so, jetzt hab ich's gefühlt und sobald du dann... Jetzt weiß ich wieder, jetzt weiß ich wieder und du weißt halt gar nicht, du weißt nix. Hast du jetzt in der schönen Pandemie das Gefühl, du kannst halt alles noch oder hast du irgendwann mal da gesagt, ach, ich weiß gar nicht mehr, weil du brauchst bestimmt auch ein neues Programm demnächst, oder? Ja, aber ich hab, also ganz ehrlich, ich hab, ich hab so Bock und ich hab so viel, also in mir, in meiner Innenwelt hat sich in den, in den letzten 16, wie viel ist jetzt, Jahre, hat sich so viel getan, ich hab so Bock über Themen zu reden, irgendwie, also in mir hat sich ganz viel irgendwie entwickelt und getriggert und ich hab richtig Bock auf die Bühne zu gehen. und ich glaube, dass das, dass das mega spannend wird, weil es ist ja auch eine Zeit, die Kacke war, aber aus Kackzeiten entstehen halt auch einfach gute, gute Jokes, weil man danach sich das von der Seele lachen will, glaube ich, oder? Ja, voll. Ja, wenn was Beschissenes im Leben passiert, denkt man ja auch dann schon so im Hinterkopf, ja, mach ich dann wahrscheinlich eine Nummer daraus, während man so am Heulen ist. Ja, war ich ein bisschen mit. Das wird super bei dem Tod meiner Eltern bei dem Autounfall. An meinem Geburtstag. An meinem Geburtstag. Ja, also irgendwie hat ja alles so, ist es irgendwie scheiße damit? I get it. Aber? Irgendwie auch geil. Also ich glaube, dass schon echt viel daraus entsteht und jetzt nicht nur irgendwelche Corona-Jokes, sondern gefühlt, alles hat sich irgendwie einmal auf links gedreht und ich weiß nicht, wie es dir geht, hast du dich entwickelt, also, bist du der gleiche David wie vor 16 Monaten oder glaubst du, du hast irgendwie in manchen Dingen eine andere Perspektive eingetragen oder so? weißt du, so Material generieren, das habe ich halt irgendwie auf der Bühne gemacht und wenn du dann dein Programm hast und dir fällt noch was ein, dann probierst du das mal aus, ich habe es immer am Ende auch ausprobiert und dann so habe ich mir irgendwie meine neuen Sachen zusammengesammelt, aber wirklich so Schreibtisch hinsetzen und dann Blank Paper und so. Bits 1 fürs zweite Programm. Ja, es ist schwierig, also ich bin, also, aber bei dir würde ich ja eher noch denken, du hast mal Autorenarbeit gemacht, du hast mal für andere geschrieben, eigentlich, eigentlich müsste man bei dir denken, oh, du setzt dich hin und wickst das irgendwie runter. ich hasse das, aber es ist natürlich, wir sind halt, wir sind halt echt live Leute, wir brauchen dieses, von den Leuten, ist das gut oder nicht, so und zwar nicht über einen Smiley, der uns geschickt wird, sondern über, ja, ja, deswegen finde ich auch so, diese ganze Twitter-Nummer und so, das ist irgendwie nichts für mich, Das ist unbefriedigend. Es ist unbefriedigend. ja, es ist einfach nicht meine Welt. Hier, lies mal, was ich mir ausgedacht habe. Was? Und dann, ich darf erzählen. Und dann kriegst du halt auch, also, mich befriedigt die Reaktion nicht, mich befriedigt ein Like nicht oder ein Smiley, das mir geschickt wird. Ich will einfach eine lachende Fresse sehen. Ja, was ich ganz abgefahren fand, obwohl jetzt hier diese komische Phase ist, hat man ja trotzdem immer irgendwas zu donnen, Du musst dir das hier vorbereiten oder was, irgendwas ist ja immer. Ja. Auch wenn man nicht tuert. Und man hat immer irgendeine Kleinigkeit, an der man am Basteln ist. Und ich habe jetzt so für mich ganz oft gedacht, ey, am Wochenende mache ich gar nichts. Also, keine Arbeit. Laptop zu oder Laptop im Büro lassen, einfach nicht arbeiten. Und ich finde das überragend. Ich auch. Ich habe das jetzt erst rausgefunden, weißt du? Und wenn ich jetzt denke, ey, Wochenende, meine Freunde haben Zeit, die sehe ich nie, weißt du, ich kann abends nie und am Wochenende nie, weißt du? Jetzt sehe ich die und da habe ich schon so im Hinterkopf, ey, wenn das wieder, losgeht, mit Shows spielen. Ey, ich kann aber auch eigentlich nicht. Ich habe auch, ich habe am Anfang, fiel es mir mega schwer, ich war so unruhig, ohne Ende, ich wollte irgendwas machen, ich wollte husteln und so und mittlerweile, ich bin so eine faule Sau und ich liebe es. Also, ich finde es so geil, so tagelang nichts zu machen. Du hast ja auch einen grünen Daumen, ne? Ja. Das habe ich ja gewusst. Du hast ein Feld. Nicht mehr. Nicht mehr? Nee, dieses Jahr nicht mehr, nee. Aber ab nächstes Jahr im Garten. Wart ihr das Feld, wo der LKW umgefallen ist in Köln? Nee. Nee. Ah, okay. Äh, ja, du hast ja einen grünen Daumen und ich habe dann mit sowas auch angefangen. Mega. Weißt du, weil ich habe zwar einen Balkon und so und ein Fenster, aber weil man nie da ist, denkt man so, ja, ich kann doch eh nicht gießen, dann ist das so weg, ne? Und jetzt, Junge, was mein Miracle-Moment war, äh, ich habe jetzt, äh, so einen Salatstumpf in so ein Wasserglas gemacht. Und der kam neu? Und ich wusste das nicht. Und ich dachte so, Junge, das ist ja unglaublich. Oder? Und wächst der noch oder hast du schon schnabuliert? Der wächst noch, aber so ist ja nicht überragend. Weißt du, was bei mir alles zu Hause in, in, zum Wurzeln in, in Töpfen und so steht? Ich habe sieben Avocado-Kerne, die gerade Wurzeln ziehen. Immer wenn du Avocado isst, pflanzst du die ein? Nicht immer, weil dann hätte ich nur noch Avocado. Ich esse sehr viel Avocado. Eine Ananas habe ich in Wasser gestellt, die zieht gerade Wurzeln. Das dauert ewig, oder? Nee, eine Woche. What? Die hat nur eine Wurzel. Nee, bis eine neue Ananas kommt rein. Das dauert, das dauert eine Woche, plus Global Warming. Das muss erst mal, das, also, aber erst mal ist jetzt die erste Wurzel, also die lebt halt. Das ist so das Signal. Da kommt wieder was raus. So, das fand ich mega spannend irgendwie. Ich bin sehr viel auf Pinterest unterwegs, um mir so Pflanzen... Junge, ich habe angefangen zu nähen. Habe ich dir das erzählt? Das ist, können wir das rausschneiden? Das ist voll geil. Richtig abendselig. Das ist so wie Schreinern, nur ohne Dreck machen. Ja. Natürlich. Du hast auch Maschine, nur rrrt. Und was nähst du so? Schön, dass du es erwähnst. Hier habe ich eine Produktkollektion vorbereitet. Der ist ja bei einem Vorhang genäht, der das Schlafzimmer dunkel macht. Einen ganzen Vorhang? Wie lange hast du denn genäht? Ja, so ein paar Stündchen. Näh, nä, nä. Ja, solche Hobbys, weißt du, sowas finde ich mega geil. Und wenn diese ganze Tour-Sache wieder losgeht, nervt, dann habe ich keine Zeit mehr zum Nähen. Ja, also ich glaube, und ich sage das, ich habe auch schon gesagt, dass ich eigentlich, wenn es wieder losgeht, ich will... Oder kann ich so ein Ding auch in der Bahn nehmen? So eine Fußpumpe. Kommt auf an wie die. Wie die Bahn an Strom. Wahrscheinlich bist du dann der Grund, dass die Klimaanlage ausfällt, weil deine Nähmaschine zu viel Strom braucht. Ja, ich sage dir Nähmaschine. Also ich verstehe das total, so dieses Zeit zu haben, ist so mega geil. Ja. Dieses gar nicht mehr so viel zu hassen. Und super viel zu arbeiten, ist mega dumm. Ja. Ja. Ja, weil du einfach das Geld nicht ausgeben kannst. Das ist wenige Geld, das man als Kleinkünstler verdient, aber das ist trotzdem... Ich habe echt gerne Zeit. Es gibt auch diese Grenze, so ab irgendwie ein paar tausend Euro im Monat, wirst du nicht mehr glücklicher. 6.000. Hast du es gemerkt oder was? Dass dein Glück gleich geblieben ist oder wie? Ich habe das schon bei 600 gemerkt, dass ich eine Wohnung hatte. Ja, also da... Ja, ich habe auch also relativ viel mir angehört und so ein bisschen angelesen. Und die ganzen reichen Leute sagen auch, ey, mach mal lieber weniger. Ja, vor allem du hast ja Carolin als Paradebeispiel. Muss gar nicht arbeiten. Wahrscheinlich sagt die doch auch. Oder was meinst du? Nein, erstens gibt dir den Bruder doch bestimmt mal so... Lässt mal so einen Fünfer fallen, wenn sie bei dir zu Besuch war. Und zwar... Nee, aber du wirst wahrscheinlich auch bei ihr sehen, Erfolg ist geil, klar, aber irgendwann ist es halt auch so Daily Business und... Ja, ja. Und dass Zeit auch geil ist, wenn man... Total. Weil das ist... Also die Frage ist ja immer, wofür mache ich das alles? Ja, alles, was man vor 100 Jahren schon hätte machen können, so als Aktivität, ist überragend. Alles ohne Social Media. Ja, ich bin ja auch nicht... Also ich bin ja auch nicht so ein... so ein riesen Fan von dem Ganzen und habe mich da relativ zurückgezogen, beziehungsweise mache ich auch nicht mehr viel. Aber weißt du, das Problem ist, wir müssen es machen. Ja, ich weiß. Weil ich finde, wenn du irgendwie Comedian sein willst und auch zeigen willst, dass du das gut kannst, dann hast du einfach die Aufgabe irgendwie vor allem als... Du musst einfach alle Kanäle bedienen, so. weil wenn du es dann nicht... Wenn du das gemacht hast, ne, und du gibst bei jedem Kanal irgendwie Mühe oder verwurstet, dass alles über die Kanäle verteilt, dann... Und es klappt nicht, dann hast du wirklich alles gemacht, ne, aber wenn du einfach nur... Ne, ich bin einfach nur Stand-Up-Comedian, ich mache nur Bühne, oh, Bühne haben zu, ja, dann mache ich nichts. Ja, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch so, ich will eigentlich nur Bühne machen. Ich bin halt ein Bühnenmännchen. Willst du lieber in, äh, am Arsch der Heide vor 60 Ommas auftreten oder willst du irgendwie... Ja, ich nehme Ah. Oder willst du ein funky Video mit dem Nico Stank machen und dann sehen das irgendwie die 60 Ommas und mehr? Ah. Ohne Scheiß, wenn du mich wirklich fragen würdest, willst du irgendwie ein Real, wie es heutzutage heißt? Really? Warum heißt das eigentlich Real? Weiß ich nicht, weil es einfach really cool ist. I don't know. Oder willst du vor 60 Ommas in, keine Ahnung, Osnabrück, oh nee, Osnabrück nicht. Aber, ne, willst du auftreten, ich würde gerade vor acht Leuten im Wirtshaus wieder gerne einfach nur meine Storys erzählen, anstatt irgendwelche Videos zu machen, die eine Million Menschen sehen. Glaubst du, vielleicht ist es ja auch so, vom Geld mal weg. Ich hätte gerne das Geld von dem Real. Null Euro. Null Euro. Real Money. Aber, aber, aber so vom, vom Machen her, ich bin einfach, das ist meine Superpower. Ich bin gut auf der Bühne. Ich kann, ich bin schnell im Kopf. Ich kann schnell einen Joke aus irgendwas machen und, äh, das hilft mir nicht, wenn ich da in eine Kamera stammel. Ich, ich, ich brauche diese Spirale, diese Energiespirale von Leuten, die mich gut finden, direkt. Ja, vor allem irgendwie, du hast ja auf der Bühne, merkst ja auch irgendwann so, ey krass, die raffen alles. Ja. Die raffen mich und jetzt wird er der geilste Abend ever. Ja. und bei der Instagram-Kacke ist das so, hier. Du bist alleine, du bist alleine irgendwie, irgendwo. Ja und selbst wenn einer sagt, gut. Ja. Dann heißt das so, was ist, was meinst du jetzt? Dann heißt er jetzt, toll oder meinst du, ah, Meinst du den Smiley mit den Tränen lachen oder den, der einfach nur so. Ironisch lacht. Der Sminkie ist, der, Ja oder wenn dann einer schreibt, wenn einer, manchmal wird man auch so gebashed, ne. Und dann weißt du nicht, okay, bist du jetzt so ein Alu-Tü, Alu-Hut-Träger oder zitierst du nur ein, weißt du, äh. Und bei einer Live-Show würdest du einfach sagen, ach du lachst ja, dann lachst du nicht ironisch, sondern du hast einfach gelacht. Ja. Das ist unmittelbar, ne. Es ist so einfach, man merkt einfach irgendwie so, also es ist halt einfach eine viel befriedigendere Energie. Also es ist ja wirklich eine, also diese Energie im Raum bei einer Live-Show, wenn einfach alles irgendwie fluppt. Junge. Wenn du dich wohlfühlst, wenn die Leute sich wohlfühlen. Und dann sagst du irgendwas Gemeines, und dann sind die, egal, weiter, ist egal. Und dann probierst du was aus, also sagen die, nicht schlimm, weiter. Oh komm, mein Gott, so ein Rassismus, bei dem man mit muss, mein Gott. Ja genau, und dann hast du nämlich auch auf der Bühne so ein bisschen das Gefühl, wir sind unter uns. Obwohl es ein paar hundert Leute sind, denkst du so, ey, guter Punkt. Wir sind unter uns, und dann kannst du alles sagen, was auf einer anderen Plattform einfach ein Shitstorm wäre. Kannst du auf einmal sagen, alle lachen, und es ist so, ja, wir sind auch hier unter uns, und das ist eine verdammte Comedy-Show. Ja, und du sagst halt, du sagst halt direkt, plus gestik und mimik, das heißt, und die Leute siehst du, ne, und du kannst direkt, das wirklich, ein Tweet, du kannst ja Ironie nicht, nicht wirklich schreiben. Emoji. Weißt du, das geht nicht. Ironie spürst du, wenn es jemand sagt, und wenn jemand dabei guckt, Blicke, ich meine, wenn man das, wenn man das Handwerk perfektioniert, und das, du bist ja auch so einer, der da so einfach dann voll gerne einfach dran feilt, so wie so eine Skulptur, wo du dann wirklich so am Ende so, das Wort da, und das da, und das Wording, und der Satz, und da die Pause, und wenn du einfach merkst, wie das dann so, wie das dann so fließt, und dann, wo einfach jedes Wort stimmt, und wo dir auch keiner irgendwie im Saal quasi andichten kann, ja, aber das meinst du doch jetzt so, ne, ich mein's genau, so, 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 Pause, so, 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 da gibt's nicht diesen ganzen Interpretationsspielraum, mit dem's im Netz gibt, wo dir, wo dir einen Satz jeder irgendwie anders auslegen kann. Ja, das ist wirklich furchtbar. Und diese, und diese direkte Reaktion, auch wenn du zum Beispiel dann, wenn du halt mal jemanden irgendwie disst oder so, aber, aber das halt mit diesen Augenzwinkern machst, und alle lieben's und selbst die gedisste Person liebt's. Ja, ich disse eigentlich immer, bei Instagram kann man eigentlich die Leute dissen, da sind die alle ein bisschen lockerer, hab ich das Gefühl. Das ist, ich bin, Twitter, ich hab zwei Tweets abgesetzt in meinem Leben. Ich war beim ersten dabei, live. Echt? Ja, da war, Simon Steffen hat vor einer Sekunde getwittert, und dann war sich da damit. was will der denn jetzt noch hier, mein Gott. Und dann hast du mir, haben wir uns irgendwie einen Tag später gesehen, meinst du, ich hab jetzt mit Twitter angefangen, das ist nix für mich. Nee, ich, nee, ich will, also man, irgendwie man fühlt so diese, man, man macht man diesen Pressure, ja, aber ich muss doch auch, nee, du musst du nicht. Und, jetzt machen auf einmal alle Twitter-Leute, posten ihren Twitter-Scheiß, bei Instagram, und dann ist du so, ja, äh, jetzt hast du ein Foto von deinem Tweet, oder was, machst du jetzt ein YouTube-Tutorial darüber, wie du, wie du den Screenshot gemacht hast. Ja, es ist, es sind einfach, äh, es sind wirklich, äh, zwei Welten, so diese, diese, äh, Live-Welt, äh, der, aus der wir kommen, und ich glaube, wir, wir würden auch nicht so darüber abheten, wenn wir gerade ganz normal unsere Bühnen hätten, so, aber man sieht halt, die, man sieht die Social Media-Leute, die so voll weitermachen, und, und wir sind so, ah, scheiße, aber auch irgendwie, nee, nicht mal geil, so, you know, und wir wollen auch, aber nicht das, sondern wir wollen wieder, wenn man das so vergleichen würde, wäre es ja fast so, dass du in deinem Solo-Programm, die ganzen Influencer, machen ja, irgendwie, kriegen die es ja immer hin, dass irgendwie, müssen sie ein Produkt irgendwie einbauen, in ihre, ihre Reels, ne, stell dir vor, du hast irgendwie ein Bühnenprogramm, und dann, ja, Leute, kommen wir zum nächsten Thema, ich war gerade, ich war tanken, und die Tankstelle hat gesagt, ich soll eine Nummer darüber machen, weißt du, ey, das gibt's sogar, ein Kollege von uns musste das mal machen, mit einem, Ding, dann hat er es irgendwie in eine Nummer eingebaut, ah, oh, wollte doch nicht bashen, hab ich auch nicht, der richtige Zeitpunkt, um, äh, mich von dir zu verabschieden, bevor du jetzt basht, das war, vielen Dank, ein sehr, sehr interessanter Talk, und, äh, du kommst ja gleich, äh, nochmal zu uns, äh, weil jetzt werde ich mal, so eine kleine Real-Social-Media-Maus ausquetschen, äh, meinen nächsten Gast, äh, und, äh, bis dahin, lausch, vielleicht wirst du der nächste große, na, Jesus hatte damals auch, zwölf Follower, jod, ich gehe, heißt das, oder sagst du noch, hier ist? du gehst, okay, tschüss, das war David Kimmikos, juhu, und, äh, wie schon gesagt, ähm, jetzt beleuchten wir mal so ein bisschen, die andere Seite, die Seite, äh, die David und ich irgendwie nicht so, nicht so wirklich drauf haben, ähm, aber, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin so ein bisschen, ich sehe ja schon mal mal, dass das ganz geil ist, was man da machen kann, also heutzutage die Apps und so, man kann sich da relativ schnell, relativ geil selber inszenieren, sich kreativ austoben, und, äh, dafür haben wir jetzt ein Parade Beispiele eingeladen, er ist, äh, äh, Schauspieler, Musicaldarsteller, ähm, auch schon Live-Comedian gewesen und jetzt wirklich als, als, äh, Social-Media-Comedian, äh, richtig durch die Decke gegangen in der, äh, Corona-Zeit und ich bin wahnsinnig froh, dass er heute hier bei mir ist, aus Berlin, hier ist für euch, Nico Stank! Oh mein Gott! Danke! Uhuh! Nico, Nico, aus welchem Online-Shop hast du denn dieses Fein-Rip unter dem? Du siehst doch schon wieder aus, als hätte man dich so bei Zalando bestellt. Ach, hör doch auf, Dankeschön. Ist ein Kompliment, oder? Es ist ein Kompliment. Musst du direkt ein paar Marken droppen, einfach, äh, Nee, muss ich nicht, danke. Weil, äh, weil Influencer und so. Wir kommen, wir kommen gerade, du hast, hast du mitgehört, hast du bei David so ein bisschen mitgehört, über Live, wir, äh, hatten auch schon das Vergnügen, Live zu spielen. Vergnügen, wirklich? Uh, uh, naja, für mich schon. Genau. Kannst du dich daran erinnern, an die Show, in Frechen oder so? Ja. Ähm, wo du, ähm, das war, glaube ich, erzähl mal deine Version. Das war, okay, das war, glaube ich, der kürzeste Auftritt eines Comedians in einem Nightwash-Slot, weil ihr werdet ja immer gebucht, so für acht bis zwölf Minuten. Ich war nur vier. Und in der Zeit habe ich Pause. Ja. Und sitzt hinten und Dattel irgendwas am Handy und keine Ahnung. Und ich sitze so hinten und du, es war ein schwerer Abend, muss ich zugeben. Es war eh, also ich fand's auch schwer, ne? Und ich bin gut. Also, ähm, ich fand's auch richtig schwer, weil die Leute waren echt so, bis es war so ein Mittwoch und die Leute waren so. Stimmt, also in der Woche auch. Und dann auch irgendwo in so einem Gotteshaus, nix gegen Gott, aber es war weird. Stimmt. Irgendwie komisch alles. Und, äh, und dann warst du irgendwie dran und, und ich war hinten so und du, ich bretterst so los und die Reaktionen waren verhalten. Und dann hast du angefangen, so das Publikum zu roasten. Du hast dann so, irgendwie, du wolltest dann so Diss-Talk machen. Nee, 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 nee. Doch, Simon. Du wolltest die Leute dissen und es hat aber nicht funktioniert. Das war aber in meinem Programm drin, das hat nur nicht funktioniert, weil ich einfach Kacke war vorher. Ich weiß, ich weiß, es war so ein ganz weirder Tag schon und ich hab gar keine Connection zum Publikum gefunden und es war so ganz, ich hatte das Gefühl, die fände mich auch total unsympathisch. Kann die auch. Ja, eindeutig. Und dann dachte ich mir, und das ist mir wirklich sonst, das ist mir echt nie passiert. Ich hatte sonst immer Spaß eigentlich. Und dann dachte ich mir so, nee, ich kann nicht mehr, ich muss ja jetzt hier auch einfach. Und dann hab ich so gedacht, tschüss. Und weißt du, was du dann gesagt hast hinter der Bühne? Nee. Unsympathischlechthin. Ich komm hinter die Bühne und sag so, oh mein Gott, das war so schlimm. Oh, das ist ja mal richtig unangenehm. Ich kam irgendwie nicht rein. Hast du das auch manchmal? Dann sagst du, nee, das hab ich nicht, das hab ich nicht. Und dank dir muss ich jetzt vier Minuten länger machen. Und gehst du und schließt. Und ich dachte mir so, mag ich gar nicht, mag ich nicht, mag ich nicht. Das war mein erster Eindruck von dir. Minuten vier. Ich war bei Candy Crush mitten im Level und weißt du, wie das ist? Sorry. Ja, aber du kommst so runter. Ich war fix und fertig, ja. Du bist runter und komm so. Das war wirklich, ich war wirklich, das war so schlimm. Ich weiß, das war auch schlimm. Das war ganz weird. Das war auch so eine komische Garderobe mit so einer Dachschrägen, das weiß ich noch. Ja, das war so ein, so ein, so ein, so ein Giebel auch irgendwie. Also die Bühne war so, so eine, so eine Spitze. Ja, und ich erinnere mich zu einem ganz schwarzen Vorhang, wo man das Loch suchen musste. Und du kommst so runter. Das ist ja wirklich schlimm, das ist ja wirklich. Ja, du hast, aber, ich meine, das war halt so, du hast die Leute halt irgendwie, das war nicht dein Publikum. Nee, ich kam auch von Anfang an einfach gar nicht rein. Also ich hab gar keinen, ich hab, ich muss auch sagen, guck mal, ich hab, du machst das ja schon viel länger als ich. Ich meine, ich hab angefangen, ich war direkt, na, du machst das schon länger, oder? Ich hab, glaube ich, so 2016 oder so angefangen und hab ja dann direkt, Quatsch, Comedy, diese Talentschmiede. Ich hab direkt Nightwatch Talent Award und das unter Mann einmal Comedy Club. Ich war das ja viel zu früh. Ich hatte mich gar nicht zu dem Zeitpunkt gefunden. Ich wusste gar nicht, wo die Reise hingeht. Ich war super aufgeregt. Ich hab keine Pausen gemacht. Ich hab so schnell damals auch auf der Bühne gesprochen, dass ich mich überschlagen hatte. Und ich erinnere mich an die letzte Show vom Lockdown von Nightwatch. Und da hatte ich dieses Acht-Minuten-Programm und ich dachte mir, okay, heute, ich lass mir Zeit, ich setz die Pausen. Und ich hab so richtige Pausen gemacht, weil mir immer gesagt wurde, du redest so schnell, die Leute ganz hinten kriegen das nicht mit. Und dieses Acht-Minuten-Programm, da war auch, glaube ich, Anna dabei, meinte dann hinterher, du musst aufhören. Gingen dann 13 Minuten, weil ich so gerade, und dann kam Corona. So, und tschüss. 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 Tschüss, das war's von mir. Ja, aber man muss ja schon sagen, dass du, du hast schon eine sehr spezielle Art, Comedy zu machen. Du bist halt so ein bisschen bitchy. Na? Aber erst, nachdem ich mich selber gebitcht habe. Ich bin jetzt nicht grundlos bitchy. Also, frag mal die Leute, frag mal die Leute den Frechen. Da warst du gerade schon frech. Bei den Frechen dann. Ich fand die auch einfach nur. Nee, also, ich meine, ich find's das auch witzig. Also, ich lieb das ja, wenn jemand so ein bisschen, so dieses Attitüde, so, talk to the hand, cause the face won't listen. Oh, wer bist du eigentlich? Guck dich mal an und so, ne? So will ich mich aber jetzt nicht beschreiben. Ja, merkst du selber. Merke ich andeutig. Also, ja, so forsch halt. Also, ja, forsch, aber schon so ein bisschen so, so pain in the ass. Ja, so Spiegel manchmal vorhalten. Wie, was, also, es ist ja bei Instagram ganz gut, wenn du so irgendwelche komischen Kommentare bekommst oder Nachrichten, dass man sich so denkt, sorry, ach, gar keinen Sinn. Also, es kommen manchmal einfach komische Nachrichten, wo man sich so denkt. Ja, aber vor allem, was ich sagen will, ist ja, dass man auf Instagram, ja, im besten Falle, ich meine, manche Leute folgen dir einfach, um dich zu haten, aber im besten Falle scharren sich ja Leute um dich, die das cool finden. Die diese Art und Weise cool finden. So dieses, hm, wer bist du denn? Oh, guck dich mal an. Oh, Leute. Das gleiche, was Herr kam, dieses Merkst du selber auch. Rolling Eyes und so. Du musst übrigens dein Programm unbedingt Merkst du selbst nennen. Ja, ich weiß. Ganz, ganz wichtig. Merkst du selbst, ne? Vielleicht kommt das ja bald. Warte noch. Du musst noch besser werden. Ich muss besser werden, ja. Und wir können eine frechende Testshow machen. Wie schlimm das ist. Ja, aber es war halt einfach, und das ist so, da hab ich zum Beispiel auch mit der, kennst du die Parshat? Parshat? Jedenfalls hab ich mit der halt auch bei Inside Comedy getalkt und die hat auch halt so gemeint, boah, ich bin irgendwo aufgedrängt, hab Stand-Up gemacht, aber es war halt einfach, es waren nicht meine Leute. So, es war einfach nicht. Das ist aber manchmal auch, wenn das nicht das passende Publikum ist. Und bei Instagram schaust du halt Leute um dich, die das dann genau in dem bestärken, was du machst und deswegen folgen sie dir. Aber auf der anderen Seite ist halt dieses, irgendwo in der Mixshow hinzugehen, wo die Leute nicht wegen dir da sind. Es können Leute sein, die ganz woanders herkommen und so. Ich merk das ja selber, wenn du zum Beispiel so den Unterschied hast, wenn du in der Stadt spielst oder dörflich. Es hat beides irgendwie auch seinen Reiz. Aber ich lebe selber in der Stadt. Das heißt, die Eindrücke, die ich generiere, passieren in der Stadt. So, ich sehe den Fudoratypen und alle, die in der Stadt leben, sehen den auch. Gibt's nicht mehr, Lieferando. Und die wurden geschluckt von Schlaglöchern in Köln. Und jedenfalls, dann brauche ich nur das Wort zu sagen und jeder hat sofort, ich muss es gar nicht mehr erklären, es ist schon ein Lacher. Wenn du auf dem Dorf bist und sagst so, ja, und dann hat mir so ein Lieferandotyp und alles so. Also Simon, was soll das für ein Dorf sein, die kein Lieferando hat? Aber ich weiß, was du meinst. Oder E-Scooter. Bei mir zu Hause im Dorf steht kein E-Scooter. Ich war in einem Rostock und mein Publikum war so 70 plus. Volles Dorf. 70 plus. Ich kam so auf die Bühne und die Leute haben direkt so und die hatten alle so einen Anzug an, diese Leute auch. Das war ganz toll. Die haben auch gegessen, es hat total laut geklimpert die ganze Zeit. Ich weiß, was ist das? Und dann bin ich auch runtergegangen. Dann bin ich auch so, ich hab mich so sechs Minuten. Ich so, tschüss. Ich hab, glaube ich, auch keinen Applaus bekommen. Das war ganz schlimm. Und dann sagt dieser Veranstaltungsant, das war ganz toll. Und ich denke, was hast du denn für eine Wahrnehmung? Das war wirklich schön. Das hat ja gar nicht gepasst. Es passt halt manchmal auch einfach nicht. Ist ja auch okay. Hast du schon mal eine komische Nacht gemacht? Ja. Ich hab sehr empfehlen zur Übung. Das war auch in so Locations das Jagdhaus. 60 plus. Ich weiß gar nicht, auch so super betrunkene Leute, was witzig sein kann, aber die haben einfach so reingeschrien, die haben einfach so F-Wörter reingeschrien oder so. Und dann so Vogel. Ja, und haben so einfach so die Wörter, genau. Fenster. Das war ganz anders. Das ist nicht meins so. Auch mit diesem Essen, das irgendwie passt nicht zu mir. Dadurch, dass ich so schnell gesprochen habe, kriegen die ja dann wirklich die Hälfte nicht mit, wenn die da essen. Also ich glaube auch wirklich, dass du, also du bist so, für mich, so meine Wahrnehmung, meine Meinung. Okay. Sorry, das ist meine Meinung. Du brauchst dein Publikum. Du funktionierst nicht überall. Du bist nicht der Comedian, den man überall hinsetzt in eine komische Nacht und das klappt schon. Ja, ich würde jetzt, damit nicht so zum Beispiel auf der AIDA funktionieren oder sowas. Du bist halt einfach special auch so. Das, was ich bis jetzt von dir gesehen habe, war halt auch sehr, sehr, wie gesagt, forscht, so ein bisschen dirty und so. Dirty. Und das ist halt, wenn irgendwie gerade so eine Renate sich so einen Rotkohl reinstopft und dann irgendwie so deine Furzgeschichten vom schwulen Tanztheater hört, dann ist halt auch schnell mal irgendwie, weil die Frage ist ja auch, zum Beispiel ich, ich verstelle mich nicht, wenn ich irgendwo bin, aber ich habe schon für manche, für manche Shows so, so das Material oder dann würde ich eher das machen und so, wo ich einfach, und ich glaube, du bist halt einfach, du bist halt ein Original. Du bist halt du. Bei dem Jagdhaus haben sie auch gefragt danach, kannst du vielleicht was anderes erzählen? Echt? Und ich war so, was soll ich hier erzählen? Die sind alle 60 plus. Ich habe kein Thema, das war so, hey, datet ihr? Wer datet noch? Niemand? Ja. Wer ist Single? Keiner. Und das war so richtig ohne. Wer lebt? Und das war so richtig so. Ich hatte gar keinen Anschluss. Also es war so richtig einfach, ich bin hier einfach falsch. Ja, also es geht glaube ich auch, dass man zum Beispiel, die Leute müssen nicht unbedingt dein Alter sein oder so oder unbedingt in dem, wenn du ihnen aus deiner Perspektive erzählst, wie du das fühlst oder wie du quasi dein Leben gerade wahrnimmst, dann kann man denen das schon schmackhaft machen. Voll, das ist ja auch ein Lernprozess auch einfach. Absolut und ich weiß nicht, wie viele Auftritte hast du denn mittlerweile? Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber schon auch viele gehabt. Das ist also, also ich habe dich zwei, dreimal glaube ich gesehen. Ja, bei Nightwash haben wir uns noch gesehen. Nightwash irgendwie. Waschsalon, dann Dresden, Dresden war super zum Beispiel. Ja. Du so. Ja, war das wirklich super? Ne, das ist halt, da in Dresden, ich glaube, wenn ich mir jetzt auch so deine Social Media Account angucke und deine Aktivitäten, ich finde, muss ich an der Stelle mal eine Lanze für dich brechen, ich finde mega witzig, was du machst. Dankeschön. Wirklich, ich finde es, und bei den meisten Sachen denke ich mir so, jeder hat diese TikTok und ich so, aber ich muss mich richtig kaputt lachen. Ich finde das so lustig, wirklich, und auch deine Charaktere und so und du musst, glaube ich, einfach, ich hatte das Gefühl, wenn ich dich auf der Bühne gesehen habe, dass du noch so ein bisschen das erzählst, wovon du denkst, das finden Leute witzig, aber es fehlte auf der Bühne noch der Nico, also der, so, wer bin ich, so, weil, in deinen Reels machst du ja auch so, zum Beispiel, kennt ihr den Typen, den im Restaurant, der so und so isst oder kennt ihr den, der so und so tanzt und das funktioniert in diesen Reels mega, aber ich glaube, auf der Bühne wollen die Leute wirklich nicht, kennt ihr diesen Typen, der so und so ist, sondern, wer ist denn der Typ Nico Stank? Und das war ja das Problem, ich hatte mich ja zu dem Zeitpunkt gar nicht gefunden, ich hatte ja, als ich damals bei der Talentschmiede war, habe ich von irgendwelchen Ex-Freundinnen erzählt und, oder mein erster Nightwash Talent Award, da hatte ich, das war auch so schlimm, der erste Auftritt, da hatte ich auch wirklich nur so Schwuchtel, Transe und ich dachte mir irgendwie so die ganze Zeit, Was mache ich hier so nach dem Motto? Nee, ich dachte immer, ich wollte ja Schauspieler werden und dachte ich, vielleicht kann ich ja über diese Comedy-Schiene so reingehen, weil mir immer gesagt wurde mit Musical, nee, das geht nicht, du kannst ja nicht spielen, du bist schwul, deine Stimme und sowas und ich dachte, wenn ich das nicht benenne, diese Homosexualität, vielleicht fällt es nicht auf und ich kann das so übergehen, weil als Schauspieler darf ich nicht schwul sein oder als Comedian und dann hatte mir damals Renate gesagt, von der Talentschmiede auch, vielleicht solltest du mal so in dich kehren, aber so liebevoll, also nett gemeint und einfach mal so ein bisschen dich finden und mit dir auseinandersetzen und vielleicht dazu stehen, wer du bist und seitdem war ich ja viel offener, also es war ja, klar, zum Ende hin, es war immer, ich meine die letzten, ich hätte niemals Nikola zu dem Zeitpunkt gemacht, das war ja voll die Herausforderung, ich war voll am struggeln damit am Anfang und wollte das ja nicht machen, weil mein erster Gedanke war, das geht nicht, das ist zu feminin, ich kriege keinen Freund mehr, das ist nicht dumm, ja, weil ich die ganze Zeit, ich war auch in so einer toxischen Beziehung und man würde immer gesagt, nee, das mit Instagram ist peinlich, was du machst und dann, ja und dann hat man ja das auch im Kopf und denkt sich so, finden die Leute das peinlich, aber die paar Follower, die ich habe, die sagen doch, ich bin lustig, ist das dann vielleicht, weil meine Eltern schämen sich auch für dich und sowas und dann denkst du ja, dann fragst du ja auch Freunde, denkst du dir, ist das so, bin ich peinlich und man hat ja nicht, also man hat ja eine Selbstwahrnehmung, ich hab's ja nie so wahrgenommen und dann brauchte ich erstmal diesen Findungsprozess oder so, dass ich mal auf High Heels so walke, das hätte ich niemals bei Freunden gemacht, jetzt ist mir das so egal, weil ich einfach so feiere, wer ich bin und das ist einfach so. Und es ist so gut. Ja, das ist voll kitschig, das zu sagen, aber das ist echt das Krasseste, was mir widerfahren ist, dass ich mich einfach so selber gefunden habe und mein ganzes Programm würde ja jetzt auch anders sein, ich würde ja jetzt nicht mal da so stehen und so, man will ja ganz, alle Bewegungen wären ja nicht mehr so wie damals, damals hab ich so versucht, ich muss so hetero selbstbewusst wirken. Vor allem. So sieht man super hetero aus. Aber ist das eine Chance, die Social Media bietet, dass man halt eben so viele Leute dann um sich scharren kann, die einem darin bestätigen, dass man cool ist in dem, was man macht? Ich glaube tatsächlich, dass ich die Leute nur geschart habe, weil ich dann so war, wie ich bin und mich nicht mehr so verstellt habe. das meine ich ja, aber es wäre ja ohne Social Media so schwer, die Einzelnen punktuell alle aufzugreifen, dass du denen das überhaupt zeigen kannst. Das kam jetzt eher nicht durch Social, also das kam jetzt nicht über Social Media, dass ich so dachte, oh ich stehe jetzt dazu, sondern es kam eher so durch Freunde, die mich so bestärkt haben, in denen, also einfach so zu sein, wie ich bin und ich dann dachte, okay, ich probiere es jetzt einfach aus mit diesem ersten Nikola Video und ich habe dann auch meinen Vater so gefragt und war so, ist das peinlich? Und er so, nein, das ist doch voll cool, das ist doch so, wir haben Kerkeling, so eine Comedyfigur und ich dachte so, ja komisch, warum mache ich mir denn so Gedanken? Und dann habe ich das so gemacht und dann hatte ich das erste Video und wir dachten, okay, wenn das gut ankommt, machen wir halt ein zweites. Dann kam das so eigentlich ganz gut an so und dann dachte ich so, machen wir das zweite und im zweiten haben wir gesagt, komm, wir gehen, ich habe doch da so ein Event, komm doch mit auf das Event. Als Nikola und ich war so, easy, easy. Dann war ich auf diesem Event und stand erst mal zu Hause mit diesem komischen Kleid vom Spiegel, mit dieser Perücke und dachte mir so, Gott, ich muss jetzt auf so ein echtes Event und das war so unangenehm. Die Leute haben wirklich so, weil ja, also tatsächlich haben die meisten gesagt, ich wäre halt eine Frau halt so, ne? Also, ja. You get the looks. Und dann dachte ich mir so, das macht ja voll Spaß, warum soll ich das nicht machen? Wann war das, dass Nikola aus der Kiste kam? Oder wie kam die Idee für diese Figur? Ich hatte die Perücke schon seit 2009, ich habe die auch immer schon so aufgesetzt, sie ist ja falsch schon aufgesetzt und ich dachte immer, das ist einer von Unisex, die bei Unisex arbeitet. Gibt es denn noch Unisex? Diese Friseure. Ja, gibt es das eigentlich noch? Ja, oder? Die haben immer so rasierte Sterne und sowas. Ich war einmal in meinem Leben beim Friseur, nur einmal, weil meine Mutter Friseurin ist meine Cousine und ich bin zu Unisex gegangen und habe so ein Bild gezeigt und meinte, hey, hier sind voll die schönen Locken, ich hätte gern so eine Frisur. Die hat mir einfach alle meine Seiten abrasiert und ich hatte hier so einen Fuchsschwanz und hatte so einen schrägen Pony und hier so hochgegeht und war so, das ist nicht die Frisur. Das ist, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist nicht der Look. Ich habe mich so geheult und war so, richtig geht die jetzt zur Frisur. Meine Mutter, geh da nicht hin. Doch, der kostet nur 11 Euro. das ist nicht. Why? Das ist nicht. Boah. Nee, und ich hatte immer schon diese Perücke halt und dann habe ich die auch immer so aufgesetzt und alle meinten, du musst deine Figur ausmachen und ich hatte ja, man hatte ja sofort so eine Assoziation damit und dann haben wir diese Videos gemacht und es hat mir voll Spaß gemacht halt. Nikola, das ist so lustig. Also ich mich mal frage, wie ist das eigentlich, wenn du so Material nimmst, so vom Topmodel oder dem Bachelor oder so, darf man das eigentlich? Also einfach so? Oder ist das... Jetzt nicht mehr, weil du es jetzt live gesagt hast. Ich bin mir nicht so sicher, ich darf, ich dürfte dafür jetzt kein Geld verdienen, deswegen schreibe ich immer oben Quelle hin, damit ich mich vielleicht noch so rechtfertigen könnte. Ich hatte bislang das Glück, dass nichts passiert ist, aber mir ist jetzt vor drei Tagen zum Beispiel von einem Reel von mir einfach der Ton weggenommen worden und ich habe immer nur Copyright Music und es war ja mein eigener Text, deswegen weiß ich nicht, war einfach weg. Schon einfach Audio nicht mehr verfügbar. Krass. Bei TikTok wurde ich extrem oft gesperrt, immer im Nikola-Kostüm. Echt? Wegen... Da standen immer so Sachen wie so, was stand nochmal, Authentizität oder sowas. Und dann habe ich das gleiche Video hochgeladen, das war das Titanic-Video, auch ein Beispiel mit dem Leonardo DiCaprio, dieses Titanic-Video, als Nikola, dann wurde das gesperrt wegen irgendwas, weiß ich gar nicht warum und dann habe ich Leonardo DiCaprio als Titelbild genommen und dann hatte das so richtig, ich glaube, zwei Minuten Aufruf oder so. Ganz komisch manchmal. Krass, dass man dann irgendwie da so zensiert wird. Ich weiß nicht, ob Leute einen dann melden und sagen, hey, was ist das hier? Warum hat die da ein BH an? Aber die Figur hat schon auf jeden Fall irgendwie ihren Reiz und du bist ja dann auch irgendwie, hast da andere Influencer mit abgeholt und ich glaube, vorletzten November habe ich dann angefangen und habe ich immer mit einem Gast quasi so ein Video gemacht und durfte ja mit Udo Walz noch ein Video drehen, das war ganz toll und das hat mir halt super viele Türen dann so geöffnet. Dich mal ein richtiger Friseur. Nee, einfach das auch. Aber dass einfach andere Leute einen anders wahrgenommen haben, weil du dann Udo Walz im Video so hattest und das war auch mega der coole Dreh, der war super lieb, das Team war auch richtig cool und dadurch habe ich dann andere Gäste bekommen und dann kam der Lockdown und dann habe ich halt mich nicht mehr so getraubt mit so Gästen, weil ich nicht wusste, wie das so ankam und dadurch habe ich nur diese Videos angefangen. Also dank Lockdown bin ich jetzt dann zum Star. Total, I'm a Star. Das war schon eine krasse Entwicklung, oder? Voll crazy, ja. Irgendwie, ich glaube in den letzten paar Monaten irgendwie über 100.000 Instagram-Follower irgendwie generiert und vor allem nicht so tote Follower, wo du irgendwie bei einem Million Followern so ein Like, sondern die Leute gehen ja richtig drauf ab. Ja, das freut mich halt voll. Ja, aber weil es auch einfach, es ist... Ich glaube, das ist so ein schnelles Video, was man so teilen kann halt. Ja, und es ist so, es ist halt super simple, ne, aber nicht im Negativ, sondern es ist einfach super simple, aber super entertaining. So, es ist einfach so, weil du es einfach lebst so irgendwie, auch, es lebt voll durch deine Art, eben durch diese, durch diese, mh, merkst du na, durch dieses Bitchiness und so, und, ähm, aber natürlich auch durch dieses schon schauspielerische Comedy-Talent und so, und, äh, es ist, äh, es ist eine geniale Idee, so einfach Greenscreening-mäßig, einfach kurz den, den Hintergrund, Restaurant, Supermarkt, etc. Die Leute sind sofort im Bilde und dann einfach die, die Leute, jeder kennt's und, ähm, und, ja, es ist, äh, total geil. Ich glaube halt, äh, also, willst du live? Also willst du? Ja, auf jeden Fall, ich hab ja euch zugehört und das ist schon so eine Sache, die man natürlich dann vermisst, ne, man hat ja, ich mein, wenn wir, auf der Bühne stehen, hat man ja eine Art Dialog, man spürt die Atmosphäre, man sieht lachende Gesichter und das seh ich halt nicht. Ich seh natürlich die Kommentare und ich bin natürlich überglücklich darüber, dass das so funktioniert und so, aber das, ich hätte gern halt so eine Mischung, das wäre halt voll cool, deswegen einfach mal wieder live zu sein und das Ding ist, man, man ist ja immer, ich bin ja immer zu Hause und mach diese Videos und ich seh das ja nicht quasi, wie das ankommt. Ich hör das ja dann durch Leute, hey, voll krass, meine Freundin von dort und dort hat mir das Video geschickt oder er oder sie und ich seh das ja, mir fällt das ja nicht so auf jetzt. Ich mein, wenn wir jetzt irgendwo wären, dann wird einem das ja bewusster bei einem vielleicht Leute, also ich tatsächlich, ohne jetzt komisch zu klingen, fast täglich werde ich angesprochen. Ich find das so weird und witzig. Ich find das, dann denkst du dich so richtig so, oh mein Gott, dankeschön. Das ist halt voll cool, man freut sich ja, dadurch seh ich ja dann auch diese Gesichter. Aber das ist halt natürlich nochmal ein anderes Feeling, dieses echte Lachen zu spielen und diese echte Atmosphäre so. Das ist halt schon anders. Aber trotzdem, ich bin voll dankbar dafür, wie das gekommen ist und ja. Aber wie siehst du dann so, also siehst du live dann auch aus so einer Mischform, aus deinen Charakteren, Stand-up? Also ich weiß nicht, ich seh dich jetzt nicht so, als den, einfach ich erzähle das aus meinem Leben, so Stand-up, so David-Style, so hey, was geht, gestern bin ich da und da einkaufen gewesen, sondern wenn Leute in ein Programm kommen, die wollen doch auch Nikola sehen, oder? Ja, ich hab schon darüber nachgedacht mit so Nikola, ich will jetzt nicht so viel spoilern hier, aber ich, das Ding ist, ich rede ja eh nicht so einfach, ich bewege mich ja auch so voll viel und das hab ich ja vorher auch immer gemacht, dass ich so Dinge so nachgespielt habe und ich glaub, dass das eher auch in so eine Richtung geht und vielleicht auch mit so was Filmischen zwischendurch und sowas, ist nicht ganz cool eigentlich. Also so eine Mischform. Nee, also ich freu mich, ich hätte da richtig Bock drauf, irgendwie auch so zu sehen. Aber auch gruselig finde ich das, ne? Das ist jetzt, ich mein, dadurch, dass diese Zahlen ja dann auch steigen, da spürt man ja auch so einen Pressure dann. Ja, na klar. Weil ich bin auch schon so, dass ich das gut machen möchte und das Stand-up ja auch und dann hat mich das ja total geärgert, wenn Auftritte schlecht waren, weil ich dann direkt dachte, oh Gott, die sehen das ja bei Nightwatch, die buchen mich da nicht mehr. Ich hab ja direkt auch so, oh my God, krieg so Panik und bin ja auch super selbstkritisch. Und das ist ja bei den Videos auch so. Dann hast du da welche, die gehen, also ich hab, also Gott sei Dank krieg ich so gar keine Hassnachrichten. Nichts. Also ich krieg manchmal so Nachrichten wie, ich fand's halt nicht lustig, dass du dich darüber lustig machst, dass das ein Ärztin in der Job. So war's halt. Okay. Und dann denk ich mir so, ich mach mich ja nicht über den Job lustig, also. Und, aber sonst, Gott sei Dank, krieg ich so, klar, ich hatte das erste virale Video, durch das das so alles gepusht war. Das hat natürlich dann diese eigene Bubble so verlassen und dann hatte das auch, glaube ich, so fünf Millionen Aufrufe. Was war das? Das war letzten Sommer. War das das über Anxiety? Nee. Das ging auch noch so, aber das war am Anfang noch, bevor das so, das war der Startschuss für das, dass das so alles so mit diesen Followern begann. Das war so, wo ich so eine Sprachnachricht aufgenommen hab und hab die immer erneut, wo ich so ein künstliches Lachen einbauen wollte. So was war das. Und dann hatte ich so eine Nachricht auch mal bekommen. Herzlichen Glückwunsch, ihr Video wurde auserwählt und landet nun auf der For You Page. Und ich war so, diese Entdeckerseite, wenn du aufs Suchen gehst, komm mal in diese ganzen Videos. Und dann dachte ich so, okay, und ab der Sekunde, das war richtig verrückt, da waren nur noch Likes für dieses Video und Kommentare. Das ging wirklich so, die ganze Zeit und Follower, und ich war so, was ist das? Da hab ich das so zum ersten Mal gemerkt, dass das so funktionieren könnte und dann kamen diese Reels ja neu und dann hab ich mich darauf fokussiert, auf diese Reels und dann ist das irgendwie so, ja, hab ich dann täglich so ein Video gedreht. Ja, du bist eine Maschine, ne? Ja, ich kann halt auch nicht so still sitzen, weil ich hatte so ein Ziel mit dem Schauspiel und dachte mir so, ich komm jetzt nicht voran, wenn ich jetzt hier sitze, also nutze ich doch die Zeit und versuch jeden Tag ein Video zu drehen und dann, vielleicht kommt das ja gut an. Ja, aber wenn man deinen Account so, so ein bisschen, wenn man mal zurückscrollt, ich kenn dich ja noch so aus den Zeiten, wo du dann das erste Mal so bei Stand-Up und so Nightwarsch aufgetaucht bist, da warst du halt noch so dieser kleine, dieser kleine Gay-Boy, der irgendwo so auf dem Bett sitzt, so mit seinem, mit seinem kleinen Waschbritbauch und so, so, so Werbung fürs Ressort oder so gemacht hat oder so. Ach so. So ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen Insta-Model-Influencing. Ja, damit fing das so an, weil eine Freundin von mir gesagt hat, ähm, fotografier dich doch mal selber oder mach doch, du bist doch so witzig, mach doch mal so Storys und ich dachte mir, damit fing das halt so an und ich dachte mir, was soll ich da erzählen, das Handy so zu halten und irgendwann habe ich aber begriffen, das ist dein Problem auch? Boah, ich kann das nicht. aber irgendwann habe ich begriffen, das ist ja, das ist meine Stand-Up-Bühne und das sind ja auch die Zuschauer, die dann vielleicht eventuell deine Tickets kaufen und von der Show kommen. Aber du wirst nicht gedisst, so. Meinst du, wie meinst du, aus der Straße generell? Ja, generell, so von deiner Familie zum Beispiel. Nee, von der Familie jetzt nicht. Ähm... Nö, eigentlich jetzt habe ich da Glück tatsächlich. Aber normalerweise... Das war ja bei diesem ersten viralen Video, da wurde ich dann gedisst. Dann hattest du die Blase so, dann hattest du deine Community so verlassen und da kam dann so, der ist doch schwul. Sowas einfach. Und dann habe ich geschrieben, ja. Und dann immer denkst du dir, ich habe aber nur einmal, ja, ich habe nur einmal, ja, was soll ich sagen, ja, ist so. Ich habe nur einmal geantwortet, weil ich dachte, nee, die wollen das ja, dass man antworten. Und dann reagiere ich einfach nicht. Und manchmal kommt halt so, wenn das jetzt, wenn es nicht viral, viral geht, dann kriege ich da jetzt nicht so irgendwas Negatives. Manchmal kommt, das fand ich jetzt nicht so lustig. Ist das negativ schon? Nee, sowas wenn. Das ist halt deren Meinung. Ja, genau. Ich habe mal sowas gesagt, ihr könnt ja einfach aus Höflichkeit liken und kommentieren, einfach mal nett sein. Und dann hat jemand geschrieben, ich finde es gar nicht gutes Video, ich würde auch die Freunde nicht mehr dazu holen, das Video, die macht das nicht so gut. Nur ein Höflichkeitskommentar. Und ich dachte mir, ich habe was anderes gemeint. Ich meinte, da muss ein bisschen nett sein. Das finde ich halt auch geil, wie du mit Kritik umgehst oder wenn Leute dich auf irgendwas hinweisen. Ich denke mir so, warum überhaupt Kritik, also wenn ich ja darum bete, ist es ja voll cool, aber manchmal denkst du dir so, die Wand da hinten regt mich total auf, die ist so weiß, da muss was Buntes hin. Und ich denke mir so, mach es halt bei dir zu Hause. Also das ist das, bist sehr rot im Gesicht heute. Und ich so, aha. Danke. Okay. Beim Synchronsprechen, auch eine Kollegin, ich sage jetzt hier keinen Namen, komme ich morgens zum Synchronen, und dann sagt sie, ach krass, du bist auch mit so einem Fettkopf aufwacht, so ganz rot bist du. Aber ich denke mir so, was ist das? Wer macht so was? Aber ist, also ich meine, das Geile ist doch, dass man heutzutage dann aus all diesen Nachrichten kannst du ja quasi wieder Content kreieren. Also im Grunde genommen ist ja auch jede Hassnachricht, ich weiß nicht, ob du die Tasha Kimberly kennst, aber ich liebe es, wenn sie so Hate-Kommentare nimmt und dazu Videos macht. Ich kriege die Krise, weil das so witzig ist. Das ist so witzig. Und die setzen sich ja wirklich dahin und denken sich so, jetzt schreibe ich da mal was, jetzt schreibe ich, die Wand ist weiß. Ja, aber wenn dann wirklich, wenn Leute sich dann auch noch verschreiben bei so Hate, das ist halt so Gold, das ist halt so, der hat mal irgendjemand geschrieben so, halt endlich deine hässliche, unlustige Fresse, du Nutten. Aber Nutten mit N, also du Nutten. Das würde mir ja leid tun dann, aber ich denke nur der Arme. Was ist denn du Nutten? Was ist denn, das ist so witzig einfach und da das irgendwie dann zu nutzen und so diese geballte Power an Hass und einfach als geile Energie. Das ist auch gefährlich, weil ein Freund von mir hatte auch mal so einen Kommentar mit einem richtig Hardcore-Homophoben-Kommentar, wo auch so Schreibfehler drin waren und dann hat er darauf zurückkommentiert, hey, achte doch mal auf deine Schreibweise, bla bla. Und dann haben alle ihn gedisst, warum er sich darüber lustig macht, vielleicht hätte er eine schlechte Schulbildung gehabt oder kam und man denkt sich so, also sorry, du hast gerade einen homophoben-Kommentar gemacht und alle haben den Schutz genommen. Ist manchmal richtig seltsam. Also es ist, wie du es machst, manchmal ist alles verkehrt. Also wenn ich jemanden disst auf Twitter, dann sind das auch immer nur Legastheniker, weil die können sich nicht wehren. Ich habe nie auf Twitter. Ich habe nie was gehört. Du hast zwei, habe ich gehört. Nein, ich habe zwei Tweets. Was war der erste? Der erste Tweet war Here I am. Here I am. Rocking like a hurricane. Here I am. I need a hero. Der erste Tweet war, wir müssen manche Wörter grundlegend überdenken, zum Beispiel das Wort Handschuhe. Das ist auch schon, da denken die Leute auch schon. Ja, ciao. Komm, ciao. Das muss ich schon fünfmal lesen, das zu verstehen. Mach aber was Witziges. Das ist sofort so ein Ciao, ne? Was war der zweite? Irgendwie, das weiß ich nicht mehr. Auch sowas Tolles. Irgendwas mit Hey, hey, hey. Ich weiß es nicht mehr. Klick nochmal Twitter-Kanäle. Du bist ja, wie das Social-Media-Game funktioniert, sehr, sehr schnell. Also die Leute müssen sofort von deinem Video gepackt werden. Und auch sofort. Wir haben so 30 Sekunden halt, deswegen rede ich ja so schnell. Und alle, ich verstehe das nicht. Du musst halt mehrmals gucken. Ja, guckst halt mehrmals. Klicks, klicks, klicks. Manche sagen, ich soll das halt runter schreiben. Wie viel soll ich da runter schreiben? Wie viel ich da rede? Das wird sich ja überlappen die ganze Zeit. Ich hab halt diese 30 Sekunden. So Schriftgröße 4. Nee, ich hab halt nur diese 30 Sekunden und dann musst du halt alles so ganz schnell da so, ich bin halt, ich rede eh schnell auch. Aber wie ist das entstanden mit diesen Rollen? Genau, damals dieses erst, also was du jetzt machst, so dieses, dass du der Typ im Fitnessstudio, der Immobilienmakler. Erst hatte ich ja diese Berufswheels damals und die sind nur durch Zufall entstanden. Ich hatte ein Video als Pfleger gemacht und dann kam sofort, hey, ich find's gar nicht cool, dass du dich über die Pfleger in der jetzigen Situation lustig machst. Hab ich gar nicht gemacht. Das Video ging gar nicht darum. Ich hab auch gar nicht darüber nachgedacht und dann kam das aber ganz gut an und da dachte ich so, ach, mach ich mal nochmal einen anderen Beruf. Und dann haben angefangen Leute zu kommentieren, mach mal den Beruf. Und dann hab ich mich auf diese Berufe draufgesetzt und hab dann einfach die ganze Zeit so Berufe gemacht und irgendwann dachte ich so, ich hab irgendwie alle Berufe jetzt gehabt und hab dann diese verschiedenen, weil ich auch mal, da braucht man ja auch irgendwie was Neues. Deswegen, ich vermisse auch Nikola total, weil ich dann ja angefangen musste, mit ihr alleine so Videos zu machen. Das hat mir auch voll Spaß gemacht, aber das mit den Gästen, also Nikola hat halt davon so gelebt, von diesen Impress, das war ja alles improvisiert und ist alles durch diese ganzen Situationen entstanden, durch diese Dialoge und so und das ist halt so schade, dass ich dann immer diese, deswegen hab ich, das fehlt mir halt dann auch so. Ja, aber Nikola, und was du jetzt mit Nikola machst, dass du sie so gegen den Bachelor schneidest und gegen den Topmodel, ey, es ist so gut. Ja, danke schön. Keine Ahnung, ich bin auch echt leicht zum Lachen zu bringen, aber es ist einfach so. Das freut mich voll. Es gibt ja viel von diesen Reaction-Videos, wo halt Leute einfach nur irgendwas kommentieren, das kann auch sehr witzig sein, aber du... Das find ich aber auch manchmal lustig. Ja, es kann auch sehr lustig sein. Wenn die so Kommentare kommentieren, die unter dem Video stehen. Das find ich auch sehr lustig bei TikTok. Aber ich find das halt so geil, dass du das quasi noch in der Figur machst, die dann so... Und wie viel Zeit, bist du alleine? Ja, also bei Nikola hatte ich jemanden, der dann gefilmt hat noch und es sei denn, ich hatte jetzt so mit dem Bachelor, das mach ich dann auch alleine vom Greenscreen und ich brauch so vier Stunden am Tag dann so. Ich muss halt jeden Tag eine neue Idee haben. Ja, aber ist das wirklich... Also ich mein, du feuerst schon enorm viel raus, ne? Ist das notwendig? Also so viel Content? Ich glaube, dadurch, dass ich so viel Content hochgeladen hab, ist es auch so schnell vielleicht gewachsen, weil Leute das die ganze Zeit... Also alle konnten sich mit Friseur identifizieren, dann haben alle Friseure das geteilt, alle Beamten oder was auch immer und ich glaube, dadurch dann hab ich so Gas gegeben, weil ich gemerkt hab, oh, das geht, die steigen. Okay. Also es ging ja relativ flott mit diesen Zahlen, das war total gruselig, das ging ja dann so in so tausender Schritten hoch und dann war ich so richtig so... Help me. Ja, ich muss mehr, ich muss mehr und dann siehst du das ja in den Storyviews und kriegst ja auf einmal auch voll den Druck und denkst, oh mein Gott, ich darf nichts mehr Falsches sagen und dann... Ist das so, je mehr, desto mehr denkt man... Am Anfang hab ich das gedacht und dann dachte ich mir, nee, ich sag ja generell, natürlich sagt man manchmal was Doofes, aber ich sag ja jetzt auch nicht was richtig Doofes. Also man weiß ja schon, was man da sagt und man kann das ja auch nochmal löschen. Wird ja jetzt nichts irgendwie ganz Dämliches sagen, aber manchmal denkt man sich so, ah, kann ich das so sagen? Man überdenkt schon manchmal jetzt öfter so Sachen. Ja. Krass. Superkrass. Wie fühlt man sich so als Social Media-Star? Ich will das gar nicht. Social Media-Star weiß ich auch. Scheiß ich nicht. Geil. Nein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Glaubst du, dass die Leute dann Tickets kaufen würden? Also glaubst du, glaubst du, dass ein Großteil von denen, die jetzt, glaubst du, dass das wirklich eine Crowd ist, die du so eins zu eins in Live-Shows kriegst? Dadurch, dass ich ja auch so Kooperationen mache oder das so gruselig fand ich, ich hab so, also ich merke natürlich, dass wenn Freunde mir erzählen, die Freundin und so hat das auch gesehen, aber gruselig fand, als das so funktioniert hat und so Leute aus der Medienbranche so auf mich zugekommen sind. Das fand ich dann so verrückt, dass ich dachte, oh mein Gott, dieser Plan könnte wirklich so funktionieren. Ausgezeichnet. Ja, und dann hab ich so von den Leuten ja auch, man hat ja dann so Zoom-Calls und dann höre ich ja auch, was die so sagen und dann wird ja auch gesagt, du hast total das gute Engagement, deine Follower sind total so, die liken und kommentieren voll viel und deswegen, also ich hab schon einen guten Draht zu denen und das ist nicht mein, es sind fremdlich, kennen die jetzt nicht. Natürlich wird man auf der Straße angesprochen und ich bin dann auch ja super nett, weil ich mich ja auch freue, aber ich glaub schon, dass sie kommen würden. Ist natürlich immer was anderes, das zu sagen, wenn man natürlich, ich hab jetzt auch einmal eine Story gemacht, wo ich gefragt hab, hey, würdet ihr denn natürlich kommen? Dann klicken die natürlich dann auf ja, aber es ist natürlich was anderes, wenn sie wirklich Geld zahlen. Das ist so mit allen Sachen. Wenn ich auch fragen könnte, würdet ihr mich umbringen? Ja, aber es ist ja wie mit Merch oder sonstigen sagen, du weißt ja nicht, ob sie es dann machen quasi. Du hast es geschafft, was David und ich einfach wollen. Wir wollen auch Follow. Wir wollen nicht, wir sind nicht unbedingt die, die das Social Media so aus... Finde ich gerade da geredet, dass das eher Kacke ist? Wir wollen, nein, wir wollen halt einfach, dass sie in unsere Shows kommen. Ja, das darf ja halt einfach nicht unangenehm sein. Du findest irgendwann den Punkt, dass es nicht komisch ist, zu denken, was sag ich da in diese Kamera? Also ich glaube, ich bin glaube ich so ein Bindeglied zwischen dir und David, den wir jetzt dazu holen. Ich glaube, es ist der Zeitpunkt. David, danke erstmal Nico, aber du bleibst natürlich. Vielen Dank. Krass geile Geschichten auf jeden Fall. jetzt hier David, gebe Kuss, weil ich glaube ich, ich bin so wirklich genau zwischen euch, weil ich finde es auch manchmal ganz lustig, was man so alles machen kann und ich finde, mir einen Filter aufzusetzen und irgendwie wie so mit so aufgespritzten Lippen, ich lache mich selber darüber, so schäckig. Ich bin so leicht zu erheitern, so über so einfach so einfache Dinge, wie so Hallo ihr Lieben mit so einer großen Lippe. Ich liebe es irgendwie, aber ich bin halt, glaube ich, einfach zu faul. Ja, es ist echt viel Arbeit, weil du hast dann, also du willst ja dann auch irgendwie die behalten, die Follower und die sollen sich ja auch freuen und du investierst ja auch Arbeit und es ist schon viel Arbeit, so jeden Tag da irgendwie was. Auch eine Story ist auch Arbeit. Also man muss ja dann, ich versuche auch, die Storys immer so richtig zu schneiden, dass ich das mit der normalen Kamera aufnehme und dann, aber ja, ich meine, du, ich habe, wenn ich so Storys von dir gesehen habe, dann waren die immer so, eher so zu Hause, in so einem Mood so und das ist ja auch ganz gut, dass man so will, die Leute sehen, wie man jetzt zu Hause einfach, wie man aussieht, wie man aussieht, dann, ja, ich mache so, das schwingt irgendwie so mit, also, ich mache so, das mache ich ja auch, ich zeige ja auch nicht blöd aussehen, das ist voll sympathisch. Ja, meine Storys sind meistens so, um irgendwie auf einen Podcast hinzuweisen und das sind deine Storys, so, aber du zeigst dich nicht mal. Du zeigst dich mal dein Gesicht, sondern du postest einfach nur, du redest nur und hältst es nur an die Wand und redest. Der macht einfach neue Folge online. Und nicht mal das Wort Ablink rein, so. Ja, ich glaube schon, dass das mehr bringen würde, wenn ich auch Visage zeige, aber. Ist das so? Hast du, ist es, ist es kein Bock oder, oder ist es wirklich so, dass du dir denkst, ich glaube, was, was dein Problem ist, wenn ich das jetzt einfach mal so analysieren darf. Du hast manchmal, ich glaube, dass du manchmal irgendwie Angst davor hast, albern zu, rüber zu kommen. Ja, ich glaube es kann sein. Und ich glaube, Albernheit ist bei diesem ganzen Social Media Kram. Trumpf. Trumpf. Oder? Naja, es ist, also, es sei denn, was du machen willst, wenn du jetzt irgendwie da, was weiß ich. Kommt darauf an, welche Richtung du gehst. Genau. Aber wenn du jetzt irgendwie so, aber das ist ja auch wie viele von diesen, also, ich kann das ja nicht beurteilen, ich kenne jetzt nicht alle Influencer, aber es ist ja voll oft, dass Leute nur Sachen posten, wo sie attraktiv sind und so. Das ist auch voll okay und jeder kann sich da, es ist ja eine Selbstdarstellung, jeder kann sich ja darstellen, wie man möchte. Aber ich persönlich sympathisiere halt immer mit Leuten, ich weiß nicht, guckst du RuPaul zum Beispiel, da wird es ja auch jedem gesagt, ihr müsst auch Schwächen zeigen und das ist halt auch so und wenn man in einem emotionalen Down ist, dann, oder keine Ahnung, man verspricht sich, dann muss man das nicht rausschneiden, man kann das halt einfach da lassen, weil man ist einfach Mensch, weißt du? Ja, aber ich, aber ich, ja nee, du hast ja recht, aber ich finde diese Storys, wo man beim Heulen drauf hält, das finde ich auch wieder so, wo ich mir denke, du kannst es auch ausmachen. Das wirkt dann auch manchmal so, als ob das jetzt extra so ist, das meine ich jetzt nicht, aber so, dass man einfach, keine Ahnung, du kannst, wenn du, wenn es dir schlecht geht, du musst ja nicht sagen, warum es dir schlecht geht, einfach so, hey Leute, jetzt bin ich gut oder keine Ahnung. Das finde ich zum Beispiel furchtbar. Also das machst du ja nicht, ne? Nein, ich habe jetzt schon einmal, wollte ich ein Video machen und dann habe ich Migräne anfangs gemacht. Und dann habe ich so, sorry, ich kann jetzt nicht, ich habe Migräne anfangs, und dann habe ich auch, ich habe jetzt nicht gesagt, hey Leute, ich kann doch nicht, ich kann nicht. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Like mal bitte jetzt, weil ich nicht kann das Video. So war es jetzt nicht. Aber da war es ja, da ist es zum Beispiel bei dir, ich glaube, das habe ich sogar gesehen, weil ich dich stalke. Und da kann man, da hat man manchmal bei dir halt auch einfach so, das Ding, das ist jetzt auch ein Joke. Also man, also es ist nicht unbedingt, man weiß manchmal bei dir nicht genau, wie viel ist jetzt der echte Nico und wie viel davon ist einfach diese Nico-Rolle. Ja, das ist ja auch, dass du sagst, ich bin so bitchy, ich bin glaube ich, echt bin ich jetzt nicht so bitchy. Ich will jetzt nicht zu Leuten auf der Straße gehen, merkst du, dass er mir wieder ausgibt, oder? Das würde ich ja nicht machen. Nee, aber mach, ich lieb's. Nein. Als dein alter Ego ist das schon wirklich sehr, sehr lustig. Und ich liebe diese Rolle und alles. Und ist es nicht für, also wir wollen ja, am Ende wollen wir auf der Bühne stehen, aber natürlich wollen wir, dass mehr Leute kommen. Und Social Media ist ein Schlüssel. Aber ich glaube, der David überdenkt halt auch einfach zu viel. Wir hatten draußen schon das Gespräch. Aber da muss ich nachdenken. Ja, wirklich. Und das ist auch wie, dass du dir vorhin auch gesagt hast, du hast diese drei Produktionen in petto gehabt und hast sie dann doch nicht veröffentlicht. Ich glaube, man darf, also ich verstehe das voll, das war ja am Anfang auch mit Nikola, ich habe direkt über Konsequenzen nachgedacht, aber manchmal muss man das einfach machen und gucken, wie das wirklich ankommt, weil manchmal... Eine Näh-Story wäre okay. Ja, voll, ich finde das voll krass. ich glaube, das ist mega witzig, ist einfach so. Ich meine, und ich meine, du bist ja ein kreativer Kopf und ich glaube, wir, die sich nicht wirklich damit auseinandersetzen, wissen gar nicht, was man alles machen kann mit diesen Apps. Weißt du, mein Problem ist so ein bisschen, wenn ich so versinke in einer App, bei Instagram oder so, in dieser Suchsache da, die Sachen beim Besuchen sind auch geil. Ja, das ist der Engstall, eher so der Glotzer, so dass man eher konsumiert am Ende. Ja, und dann werden mir auch Sachen angeboten, die will ich nicht angeboten kriegen, aber die gefallen mir trotzdem. Weißt du, dann denke ich so, ey, ihr Schweine, jetzt gebt ihr mir das, was ich habe, weil ich will aber nicht, dass ihr das wisst, dass ich das will. Weißt du, ich kriege seit neuestem immer so Gehirn-Jogging-Games, da denke ich, was habe ich falsch gemacht? Ja, verdammt. Ja, und irgendwie, das macht ja mega süchtig, ne, auch dieses Updaten, oder wie heißt denn das, Refreshen ist ja wie, sagt man, wie dieser einarmige Bandit, den du ziehst, ne, und dann verlierst du dich auch irgendwie so in der Zeit dann so, krass, jetzt habe ich in 20 Minuten irgendwelche Schlagzeugvideos geguckt und so und noch ein paar andere Sachen und irgendwie ist das so, das hat ja auch so viel Schlechtes, ne, das hat ja, ist ja auch so wie Junkfood eigentlich, das ist für den Moment super, aber es macht auch irgendwie, es triggert auch so komische Sachen in einem und dann, wenn ich dafür Content herstelle, dann ist das so, jetzt machst du da auch mit. Ja, aber wofür, also ich glaube, ich glaube, das ist das Ding, aber dass das so einen schlechten Stempel auch einfach hat, ne, deswegen sagst du ja, jetzt machst du da auch mit. Aber weil so viel Schrott draußen ist. aber es ist dir ja selbst überlassen, ob du so, also in welche Richtung du gehst. Ich meine, keine Ahnung. Ich bräuchte irgendwie ein zweites Handy, dem ich eine Story mache und dann muss ich das wieder wegschließen. Ja, ich glaube wirklich, muss ja so spielerisch sein, muss das ja eigentlich. Hallo, ich bin, ich gehe gerade hier lang, guck mal der Boden. Ne, die Frage ist ja wirklich, ich glaube, und das ist es, dass man das wirklich dann als Job deklariert, so sagen, ich mache jetzt für zwei Stunden, weil du bist eh zwei Stunden am Handy und in der Zeit, anstatt zu konsumieren, ich meine, die großartige Britney Spears hat in ihrem Lied, Circus schon gesungen, there's only two types of people in the world, the one that entertains and the one that observes. So, just saying. Just saying. Also, wenn man jetzt, ich kenne es ja von mir, dann bin ich auch dran und in der Zeit hätte ich auch was kreieren können, anstatt zu konsumieren. Weißt du? Aber konsumieren macht ja auch manchmal Spaß. natürlich macht es manchmal Spaß, aber für uns ist es gerade, glaube ich so, wenn Shows sind, bin ich auch doch ein bisschen mehr dahinter, auch Stories und so zu machen, weil ich einfach will, dass Leute meine Tickets kaufen und dann mache ich auch mehr. Aber gerade jetzt hättest du es ja nützen müssen. Ja, aber jetzt kann man ja gar nichts kaufen. Weißt du? Jetzt könnte ich meine Follower-Schaft erhöhen. Aber es kommt auch unsympathisch, wenn du sagst, ich würde ja nur gerne einen Follower haben, weil sie mich hier gekauft haben. ich würde es keine Follower. Da denken sie sich auch so, cool, ich freue mich voll, dir zu folgen. Nein, das ist der falsche Ansatz, weil ich will ihnen ja was anbieten, aber halt eher die Live-Show. Weißt du? Also, ich sage immer so, meine Superpower ist, live gut zu sein. Aber ich sage, dass das meine Live-Show ist. Das habe ich auch zu David draußen gesagt. Das sind ja die, die auch dann in die Show kommen könnten. Und ich sehe das als mein Stand-Up-Programm. Also, du kriegst ja diese Reactions auf die Videos. Deswegen, du hast, klar, ist das ein anderes Gefühl, als würde ich auf der Bühne stehen. Ich meine, wären jetzt hier Leute, wäre es auch eine andere Atmosphäre und so, aber, nee, wäre nicht, also still. Wäre genau so still. Deswegen, ich glaube, ihr müsst euch einfach mal trauen und ich glaube, ganz oft ist es die Scham, dass man denkt, dass das so Kollegen judgen würden. Dass dann so Kollegen sagen, Und da bist du so gut drin. Du machst jetzt auch so. Du judgst so gerne, David. Du judgst hart. Aber ist es vielleicht das, dass du denkst, jetzt würde dann jemand kommen? Und ich glaube, Leute, die gerne judgen, haben auch Angst, davor gejudgt zu werden. Hör mal, ich finde ja richtig schön analysiert. Nee, es ist ja nur so meine Meinung. Ja, glaube ich auch. Kann gut sein. Und das ist, glaube ich so, dass man oft sagt, wenn man, das nervt mich und das und so. Und wir sagen ja dann selber immer, Du brauchst doch 15 Sekunden Zeit. Du kannst ja auch mal sagen real. Nee, aber, ja, ich weiß nicht. Aber ich glaube, dass das bei dir zum Beispiel, die Follower, die dir folgen, die folgen dir nicht, um deine Story oder irgendwelche Bilder zu sehen. Die finden dich als typisch cool und haben dich auf der Bühne gesehen. Naja, es ist ja genau wie, wenn du irgendwelchen, wenn du Adele folgst. Adele hat, wie viel hat die? 23 Millionen Follower? Keine Ahnung. Die postet einmal im Jahr ein Foto. Also da folgt man ja der Person, weil man die so, weil man so ein Fan von dieser Person ist. Und wenn Leute mir ja folgen, es ist ja mit der Absicht, ich will unterhalten werden die ganze Zeit. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Weißt du? Ja, stimmt. Bei mir ist es wie bei Adele, die folgen mir wegen meiner Stimme. Eben. Sing doch mal was kurz. Hello, it's me. Ja, aber es ist so, wenn du so im Fernsehen bist, folgt man ja der Person, weil man die im Fernsehen halt so cool fand oder so. Ja, und am Ende ist es ja auch einfach, dass wir wollen, dass Leute, mehr Leute in unsere Shows kommen und Social Media ist halt eine krasse Chance, Leute zu erreichen, aber du musst halt auch die Richtigen erreichen, die dann auch ein Ticket kaufen. So, und auch Stand-Up wollen. Aber ich glaube, also du erreichst automatisch die richtigen Leute. Also ich meine, du hast ja eh deine Bubble quasi, die du erreichst und dann erreichst du ja quasi deren Freunde, die das weiter schicken. Der spreadet sich ja erstmal in dem Kreis. Wo muss ich denn? Wo muss ich mich bewerben? Muss ich TikToken oder kann ich auch nicht TikToken? Das ist egal. Kannst du machen, wie du möchtest. Wofür? Nicht TikToken. Ja, um Follower schafft, was Simon gesagt hat, mehr Tickets. Irgendwer sagt, er wäre zu geltlich direkt. Das ist nicht so, wenn du schon so ein Ticket ist, vielleicht Geld. Weißt du, was ich gut finde? Also ich mache ein paar... Na, um aussaghafte Shows geht es halt um, du willst Leute, die dich kennenlernen halt. Ich will Leute live entertainen. Ich finde Social Media super. Ja. Ich will nur nicht derjenige sein, der das... Ich mache ja auch Podcasts, wenn du irgendwie so ein langformatiges Video hast, brauchst du halt für die Social Media Nummer, muss halt irgendjemand das so klein hacken. Weißt du? In so 60 Sekunden. Ja, du kannst ja auch ein IGTV-Video machen dann daraus. Du so. Und dann musst du... Und was? Ja, aber wenn du es richtig machst, wenn du da so Feedposts haben willst, dann brauchst du ein Subtitle, dann musst du das irgendwie taggen. Das ist Arbeit. Ja, das muss halt weder irgendeiner machen. Das Video machen ist okay. Und auch ein langes Video machen ist okay. Aber die scheiße kleinen hacken... Ohne Fleiß kein Preis, Leute. Was soll ich jetzt sagen? Es stimmt wirklich. Also die erste, ich glaube, die Grundfrage ist, oder so dieses zu verkopfte und zu sehr denken... Allein, dass wir hier gerade eine Talkshow über Instagram-Stories machen, ist schon ein bisschen verkopft. Nein, es ist nicht... Ja, weil wir ja das perfekte Beispiel haben, wie es ist, wenn man dann die Kopfstimme mal ausschaltet, die einem vielleicht sagt, durch andere, ja, das ist doch peinlich und sonst irgendwas. Und dann völlig durch die Decke geht. Weil man ja auch immer gejudged wird. Man wird die ganze Zeit gejudged. Du wirst ja auch im Internet gejudged. Du wirst von Freunden gejudged, von in der Beziehung oder sonst was. Und ich glaube, du musst in erster Linie einfach mal auf dein Bauchgefühl hören. Und wenn dein Bauchgefühl sagt, es wäre eine super Näh-Story, dann post sie doch. Ja, aber dann kommt das gut an, ja, und dann heißt es, dann sagen mir quasi meine Follower jetzt, oder geben mir das Gefühl, jetzt musst du mehr davon machen, mehr nähen, mehr, mehr, mehr. Und dann ist das so, ey, das war mal ein Hobby. Ja, ich wollte einfach nur einmal was nähen. und ich will jetzt was anderes. Das reicht ja auch. Da kann man was anderes machen. Aber die App triggert doch einen an, immer dasselbe zu machen. Das ist auch so ein bisschen. Aber bist du, wenn man bei dir jetzt nochmal auf die Bühne schaut, ist es ja auch oft, dass du halt, du bist sehr perfektionistisch mit deinen Jokes und deinen Nummern irgendwie. Und du bist auch immer sehr so auf Originalität und so bedacht, so, dass es das so noch nicht gab und dass das Thema noch nicht angesprochen wurde und so. Und ich glaube, dass das auch, dass es dir generell einfach helfen würde, manchmal nicht ganz so selbstkritisch und verkopft zu sein. Und manchmal, ich meine, davon lebt auch, finde ich, deine Performance, dass du halt so bist, weil das merkt man und das ist auch irgendwie cool anzuschauen und cool zu beobachten, weil man diese, diesen Work Ethic irgendwie spürt und so. Aber ich glaube so, every once in a while kannst du auch mal let go und auch einfach mal irgendwie, ja, komm, mein Gott. ich weiß, ich glaube, da ist noch dran. Und ich, dass das, aber deswegen ist das doch oft beim Stand-Up, dass wenn du improvisierst mit dem Publikum, dann entstehen ja auch voll witzige Sachen und da bist du ja auch dann mit dem Kopf ausgeschaltet. Das ist das Gleiche. Ja. Ich war ja so still. Ja, wenn es so eine intime Runde gefühlt ist, vielleicht gar nicht. Hast du nicht das Gefühl, wenn manchmal sowas entsteht einfach in der Show und man improvisiert auf einmal mit dem Publikum und dann entstehen so Sachen? Ja, aber ich, also zum Beispiel habe ich jetzt gemerkt in den letzten Wochen und Monaten, dass es mir wirklich immer egaler wird, auch was Leute von mir halten und von dem, was ich erzähle. Und das ist total gut für Stand-Up, weil du wirst so total free. Und ich hatte mal eine Show in Bonn und die erste Hälfte war so ganz okay irgendwie. Ich war schon nicht schlecht, waren genug Leute da und so und die Stimmung war ganz nice. Und dann habe ich, ich hatte den ganzen Tag irgendwie nichts gegessen, keine Zeit und dann war so vor, vor der Pause war so ein 16-Jähriger mit dem ging irgendwie so ein kurzer Joke über Alkohol, ob der schon trinken darf. Und dann standen hinter der Bühne standen so Schnäpse. Don't ask. Und dann habe ich die Schnäpse mit auf die Bühne genommen und habe so gemeint, du trinkst jetzt ein mit mir, wenn deine Mutter das erlaubt. Und sie so, ja gut. Und dann haben wir beide einen Schnaps getrunken und ich trinke eh relativ selten Alkohol und ich hatte nichts gegessen und es ging sofort in meine Rübe und ich war so richtig laissez-faire. Ich habe überhaupt nicht mehr, wirklich, ich hatte keinen Filter mehr. Also dieses, geht das, was ich sage? Nehmen die das gut an oder nicht? Weil beim Stand-Up laufen immer zwei Programme. Der, der spricht und der, der ist das nicht weird? Und der, der analysiert hinten so, ist das geil? Funktioniert das? Wie fand der da hinten das? Die lacht nicht. Was ist mit ihm eigentlich? Schläft der? Guckt die auf ihr Handy? Findet die es nicht gut? Warum mache ich das überhaupt? Hätte ich nicht doch einen Job anfangen sollen? Du hast so, ne? Du hast zwei Dinger, die laufen und ich hatte nur noch einen Pilot und der hieß, gib ihm. Und, ne? Das war so richtig, ich war betrunken und es war geil. Ne, aber diese Show in Bonn, die ist mir so im Gedächtnis geblieben und ich kann verstehen, dass Kollegen vor der Show saufen. Weil, dass dieses, für Stand-Up ist das Sau, wenn du dich halt löst und von diesem inneren Kritiker löst, von diesem, der sagt, gab's schon mal so ähnlich, glaube ich, ist jetzt auch nicht so witzig, guck mal der da vorne, der guckt auf sein Handy. Und wenn das aus ist, bist du so, pack dein Handy weg, du. Und alle rasten völlig aus, weil jeder will so gelöst sein. Eigentlich will jeder immer so gelöst sein. Ich glaube, das ist so, was, ja, was man irgendwie lernen kann auf der Bühne, dass man einfach mal let go macht, weil am Ende interessiert's noch weniger. Wenn du im Solo-Programm bist, dann machst du dir auch so richtig let go und bist so richtig befreit. Ja, aber bis du zu dem Punkt kommst, wo Leute dann wegen dir sich eine Karte kaufen und wegen dir in der Show sitzen, das ist eine andere Hausnummer, wie wenn du diese Ochsentour machst und vor Publikum spielst, das dich gegebenenfalls hasst. Es ist schon geil, die Welten so ein bisschen zu vereinen und klar, ich glaube, David und ich, wenn wir uns entscheiden müssten für eine Welt, dann wäre es definitiv die Live-Welt. Die Bühne. So, wie wäre das bei dir? So, wo du sagst, so. Also ich glaube tatsächlich, ich komme ja auch so von der Bühne, also von ganz früher auch so, deswegen würde, ich kann das gar nicht sagen, also es ist total unterschiedlich, also müsste ich mich jetzt entscheiden? Du so, ja. Ich glaube tatsächlich, dann würde ich mich für das normale Leben entscheiden. Ich glaube auch die Bühne, weil diese Atmosphäre natürlich dann auch eine andere ist. Ich weiß es nicht, kann ich nicht sagen jetzt. Ja, ich meine, die Corinna ist ja jetzt hoffentlich bald vorbei, na, wir sind, die dritte Welle ist gebrochen und wenn ich euch jetzt im Best Case, es geht jetzt alles wieder so ein bisschen bergauf und es geht weiter so, heute in fünf Jahren rufe ich euch, hier nochmal, zitiere ich euch hierher, ich rufe euch an, wo bist du und was machst du, David? Best Case Szenario. Best Case, ich habe leider keine Zeit in deine Show zu kommen. weiter auf der Bühne und also ich finde so, bei mir soll die Bühne soll so, wie nennt man das, so eine Lebenslinie sein, das soll immer laufen und immer neues Programm, immer weiter, das ist dein eigenes Ding, was du hauptsächlich machst und immer wieder einzelne kleine Projekte. Man hat ja manchmal so Ideen, die man gerne machen würde oder die man, wo man auch ein bisschen Entwicklung braucht, die Zeit brauchen, um es vorzubereiten und wir mal reifen müssen und dann immer mal wieder kleine coole Projekte, aber hauptsächlich Bühne. Aber nicht zu lange reifen lassen, weil sonst ist es um. Auch einfach mal. Nein, wahrscheinlich hast du da auch recht. Verdammt, Mist. Und bei dir, Nico, heute in fünf Jahren. Ich habe versucht, etwas ganz Schlaues jetzt mir auszudenken, ich habe nur gelächelt und nicht zugehört. Nee, ich glaube tatsächlich, so Kitty, das klingt einfach genau in dem Status, in dem ich gerade bin, weil ich bin wirklich sehr glücklich. So doof, das ist total komisch, aber weißt du, merkst du es selbst. Merke ich, aber das meine ich jetzt ernst. Das war echt, das war so die krassesten anderthalb Jahre für mich. Du siehst doch glücklich aus. Dankeschön. Und das war echt krass, anderthalb Jahre so mit dieser Selbstfindung und alles Mögliche und jetzt ist alles so weg und das ist halt voll cool einfach. Ich habe auch ein Video von dir gesehen, wo du irgendwie so ein Casting, so ein Model-Walk machst mit Perücke und wo du eben drunter geschrieben hast, so boah, vor eineinhalb Jahren hätte ich mich sowas nie getraut und ich finde es so befreiend, es einfach zu machen. Ja, das ist richtig crazy, deswegen mach das einfach, ob du Lust hast. Zieh dir den Rock an damit und mach Nicolette eine Rolle. Achso. Vielen, vielen Dank, dass ihr beide meine Gäste wart. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe aus beiden Welten was erfahren. Ich hoffe, ihr habt auch was mitgenommen für euch und so und habt euch wohl gefüllt. Habt euch wohl gefüllt. Ja, danke, dass ihr meine Gäste wart. Vielen Dank fürs Zuschauen bei der ersten Folge Inside Comedy Live und beim nächsten Mal dann vielleicht auch mit hochkarätigen Gästen. Von einem hochkarätigen Gäste. Ihr hört gerne mal in die Folgen rein, die schon da sind. Wir hatten unter anderem auch schon Felix Lobrecht, Faisal Kawusi, Natascha Kimberley, Atze Schröder, Bülent Ceylan und jeden Mittwoch um 0 Uhr, also Dienstag auf Mittwoch kommt eine neue Folge online. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr zugeschaltet habt und bis ganz bald. Ciao. Und danke ans Team von Inside Comedy. Ich liebe euch. Danke, dass ihr es mit mir aushaltet. Wir sind weird and drug addicted. Tschüss. So, ciao. Inside Comedy Live mit Simon Steblein. So, das war eine weitere Folge Inside Comedy und natürlich ging es hauptsächlich um mein Gegenüber. Aber es gibt auch einen Podcast, da geht es um mich, aber nicht um mich allein, sondern um mich und um Jan C. Müller. Wir beide quatschen über alles, was uns so bewegt. Das sind unter anderem Paarhofer, Schnabeltiere oder die Bräunungscreme von Donald Trump. Wenn ihr da mehr drüber erfahren wollt, dann hört doch gerne mal rein bei Steblein und Müller. Wir freuen uns auf euch. Und wenn ihr noch mehr Lust auf Comedy-Podcasts habt, spreche ich, Atze Schröder, in meinem Podcast Stand Up Powered by Nightwash. Also, der Podcast heißt wirklich so Stand Up, da geht es um Stand Up Comedy. Stand Up Powered by Nightwash mit den größten Stand Up Comedians Deutschlands, natürlich vor allem auch weiblich, Deutschlands über ihre Erfahrungen, Erlebnisse und tiefe Einblicke in die Welt der Live Comedy. Hört da mal rein. Also, kann ich euch sehr empfehlen. Also, kann ich euch sehr, 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 sehr wundern. Also, wir sehen uns wir sehen uns sehr, 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 sehr. Die Weltkrieg